Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt Hallo Subhumans Ja, schönen guten Morgen Das gefällt mir, Subhumans Dazu später mehr bei unserem gemeinsamen Film Aber ich finde das ist eine gute Bezeichnung für unsere Gefolgschaft Meinst du, das wird denen gerecht? Ja Unsere Untertanen sozusagen Die Untertanen, der bewegt bei Vanhausen Gleich mal größenwahnsinnig einsteigen Und die, die neu dabei sind, schalten gleich wieder aus Und sagen so, okay, was sind das für arrogante Fatzkes Der Overlord Der Overlord Klingt auch wie so ein billiger 90er Jahre Euro-Dance-Pad Overlord Mit One-Hit-One-House, den 90ern Können wir unsere Gefolgschaft jetzt als Minions bezeichnen Sozusagen, ja Aber die Minions kann man ja auch unterscheiden Der eine hat Der eine Schild Der andere hat drei Haare Der andere hat vier Wenn man genau hinguckt, haben die Minions ja auch immer so besondere Merkmale Meinst du, es gibt so crazy Fans bei den Minions, die die wirklich namentlich auseinanderhalten können? Ah, die gibt es bestimmt Also jetzt nicht nur diese drei, die man kennt Sondern auch die anderen alle Die anderen hunderte von Minions Kennen die alle beiden Namen Ne, wenn es Leute gibt, die dann plötzlich Elbisch lernen Oder Dothraki oder weiß nicht was Dann muss es auch so was geben Ja, gibt es schon wirklich durchgeknallte Fans Minionetics Maniacs Oder wie die sich dann wohl nennen würden Meinst du? Minion Maniacs Na, das klingt nicht so geil Ne? Das sind quasi wir jetzt bei der Namensfindung unseres Podcasts Was? Wo wir komische Namen dann rausgehauen haben Und du gesagt hast Ne, das klingt komisch Ja Ah ne, das sieht vielleicht geschrieben gut aus Aber ausgesprochen klingt das scheiße Ja, muss ja klingen, oder? Ja, okay, das ist ganz nett Aber naja, gut, vielleicht hältst du noch was besseres ein Und dann kam die mit dem Bewegtbild-Barnhausen Mensch Ja, hatte ich gesagt Hm, der ist nicht schlecht Na dann Wow, win-win Let's do this, habe ich gesagt Das war der Beginn einer langen, großen Liebe Ja, die Geburtsstunde der Bewegtbild-Barnhausen Die Geburtsstunde der Bewegtbild-Barnhausen Und wir steuern ja schon auf die vier Jahre zu im Juni Ganz nostalgisch steigen wir hier ein Ja, ja Was ist da los? Ja, wir werden alt Ja Deswegen müssen wir ab und zu mal ein bisschen nostalgisch in die Ferne schweifen Oder in die Vergangenheit Ah, das waren noch Zeiten Damals Ja Vor drei Jahren Wo wir angefangen haben Da waren wir noch so jung wie die anderen Podcaster, mit denen wir zusammenarbeiten Ja Jetzt sind wir Ja Jetzt sind wir weit über die hinausgewachsen Aber es ist völlig egal, solange die Hälfte der Podcaster, mit denen wir hier kollaborieren Alle älter aussehen als wir Das ist ja Ja, dann läuft es noch gut Das ist ja unser großer Vorteil Ja Ihr seid zwar irgendwie zehn Jahre jünger Seht aber trotzdem aus wie 60 Ja, nur sieht uns halt selten jemand Naja, doch ab und zu schon Ja, wir sind ja auch Für YouTube und so haben wir schon ab und zu mal unser Gesicht reingehalten Und Ab und zu, ja Außerdem stehen wir in der Öffentlichkeit, ja Ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Beamten wären, die sich im Büro einmisten Sondern Man kann uns googeln Achso Du meinst, deswegen stehen wir, äh, deswegen sehen wir uns Lassen wir uns seltener blicken So Naja, wenn wir aussehen würden wie die Typen aus deiner Serie da Aus deiner englischen Hätten wir, glaube ich, keinen Job, wo man in der Öffentlichkeit stehen würde Meinst du? Naja, klar Hm Weiß ich nicht Ist so Ich will das mal nicht bewerten Da wären wir Postboten Achso Nichts gegen Postboten da draußen, aber Ey, die kriegen jetzt mehr Kohle Die kriegen mehr Kohle? Mhm Ja gut Wenn sie es nicht mit dem Aussehen haben Muss man das finanzielle Leben ein bisschen ausgleichen Tja, ist jetzt ein attraktiver Job geworden Postboten haben wir jetzt auch verloren Als Hörerschaft Ey, dabei Das ist doch der perfekte Job Oder? Nehme ich mal an Um einen Parallel-Podcast zu hören Äh, Postbote? Ja Ja, Postbote, LKW-Fahrer Sowas ist cool So viel unterwegs Halt im Auto Ist auf jeden Fall schon mal Ist ein guter Plan Definitiv Postbote auch, ja Ja Teilweise nehmen die ja auch nicht mal die Kopfhörer ab Wenn sie mir irgendwie Pakete liefern Oder irgendwo ihre Briefe da reinschmeißen Frechheit Ja Hatte ich auch schon Ja, haben sie halt einen wichtigen Podcast auf den Ohren Vielleicht ja Vielleicht hören die mich dann parallel Oh, wenn die wüssten, dass ich das bin Den die gerade hören Meinst du, da wäre ein bisschen mehr Respekt vorhanden? Ja, hätten sie sich wahrscheinlich noch ein zweites Autogramm geben lassen Außer das auf dem Formular Dass das Paket angekommen ist Sondern auch nochmal irgendwie Daneben dann noch den Hoodie unterschreiben lassen Auf den Hoodie oder auf die Arschbacke Richtig So sieht's aus Wäre ein bisschen komisch, oder? Wenn der Postbote plötzlich die Hosen runterlässt Ja, komisch wär's, aber Kennste Ich würd's machen Daily Business Ja Okay Fans halt Ja Fans sind manchmal crazy Tja So kennt man sie Ja Und so kennt man uns Größenwahnsinnig wie ihr und je eingestiegen Und ähm Ich hoffe, unser Oscars-Beischle hat euch gefallen Wir haben ja immer noch ein bisschen Vorlauf Das ist tatsächlich die erste Episode Gleich einen Tag, nachdem wir die Oscars gesehen haben Die Dienstagsepisode für morgen ist ja schon im Kasten Und deswegen kriegt ihr hier so ein bisschen unsere Zusammenfassung Und unsere Nachreichung von Filmen, die wir nach dem Oscars-Special noch gesehen haben Um fit für die Oscars zu sein Ja Ich hab drei Filme gesehen Das heißt, ich hab mein 13 Filme, die ich noch nicht gesehen habe Bis zur Oscar-Verleihung, hab ich auf 10 verkürzt Immerhin Mhm Äh, da sind ein paar bei, die ich definitiv noch sehen will Also hier so Marcel de Schelle und ähm Auch so Red und so eine Sachen werde ich definitiv früher oder später sehen Aber ich war sicher, die kriegen den Oscar nicht Und äh Hat auch noch danach Zeit Und ich hatte recht Alle Oscar-Preisträger zumindest Die, die den, äh Award gekriegt haben Die hab ich dann alle gesehen Insofern Das war effizient Das ist effizient, richtig Und du hast es geschafft Bis auf einen einzigen Film alle zu sehen Na, den hätte ich auch noch geschafft Aber da hab ich mich halt bewusst gegen entschieden Hast dich bewusst gegen entschieden Ja Oh, es war nicht Tell it like a woman Muss man dazu sagen Absurderweise, ja Ne, es war ihr auch Den, den hab ich mir dann Gespart Aus Tiergründen Ja Okay Also tote Walrosse, tote Vögel, das geht Aber bei einem Esel, da hört's auf Das wusste ich ja im Vorfeld auch nicht Mhm Außerdem ist ich auch schnell vorbei Das sind ja Ach nee, das eine war ja eine lange Doku, oder? Mit den Vögeln Ja Die vom Himmel gefallen sind Ja, aber das mit den Walrossen Fand ich schon auch nochmal eine Ecke krasser Ja, die ist hart Es war hart Aber halt nicht so lang Ja Es ist nicht so langes Leiden Mhm Ähm Ja, ob ich die Dokus dann irgendwann mal nachhole Die besagte mit dem Beauty and the Bloodshed und so Weiß ich nicht Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen Dass ich jetzt wirklich Jeden Film dann nochmal nachhole Der von den Szenen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe Aber einige bestimmt Ja Aber wenn wir schon mal ein Thema sind Können wir Punkte nachreichen Können wir Punkte nachreichen Und mal so zwei, drei Sätze vielleicht sagen Ähm Wie wir dann die Filme fanden Mhm Wirst du anfangen, du weißt ja mehr Ja Zumal über die habt ihr ja auch schon gesprochen Mhm Als Dave da war Hab ich mir noch Close angeguckt Den mochte der ja auch beide sehr Ja Und jetzt hab ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm Wo ihr da gelandet seid Punktemäßig Aber ich würde 8,5 vergeben 8,5 für Close Ja, ich fand den super Dann ähm Konntest du nachvollziehen Was ich meinte Dass das ein schönes, ruhiges Drama ist Ja Subtil und super gespielt von den beiden Jungs Mhm Ja Ja und es würde mich sehr wundern Wenn Hollywood Den Jungen, der die Hauptrolle spielt Nicht im Auge behalten würde Früher oder später Ja Ist auf jeden Fall Optisch ein sehr interessanter Typ Und natürlich auch Echt charismatisch So Ich bin echt gespannt Was der so noch macht Ob der dabei bleibt Und wie der altert und so Ja, hat er super gemacht Mhm Und auch so in diesen In diesen Zeiten Weil auch so Geschlechterrollen Hinterfragt werden Und ähm Wo ist ja dieser 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 Gender Identität gibt Und so Ist eine super interessante Handlung Weil ja Wie ich ja auch erwähnt habe Wenn es so zwei Mädchen wären Weißt du die so Ja, würde es niemanden jucken Die so Körper an Körper Oder Hand in Hand Irgendwie durch die Gegend laufen Würde es keinen jucken Aber so wird es halt Gemobbt Oder weißt du Oder so Ist für die Leute halt ungewöhnlich Und komisch Aber eigentlich ist es ja nichts anderes Ja Und es ist schon cool Dass dieser Film das so Zeigt Hat man so auch noch nicht gesehen Mhm Okay Was gab es noch Bardo Habe ich mir noch angeguckt Jetzt bin ich ja gespannt Den fand ich super Wirklich? Ja Wow Ich finde den auch nicht prätentiös Den fandst du nicht prätentiös? Nee, weil Der geht recht selbstreflektiert An die Sache, finde ich Mhm Weil Das ist ja schon auch immer Einigermaßen Selbstkritisch Oder zumindest hinterfragt er halt Sein Standing Und sein Image Und alles was da so dran hängt Mhm Und deswegen finde ich das tatsächlich Wenig bis gar nicht prätentiös Das hätte ich ja nicht gedacht Aber ich bleib dabei Ich glaube Man könnte dem Film Noch eine ganze Ecke mehr abgewinnen Wenn man Mexikaner ist Und oder die mexikanische Geschichte Sehr gut kennt Ja Und ich glaube auch Wenn man seinen Schaffen kennt Mhm Dann würde man hier auch nochmal Eine ganze Ecke mehr Von haben Ich bin aber auch davon überzeugt Dass Dass es so bestimmte Aspekte Im Film gibt Oder Kleinigkeiten Die du nicht mal nachvollziehen kannst Wenn du alles von ihm weißt Ja wahrscheinlich Sondern die wirklich so autobiografisch sind Dass er selber sich dabei was gedacht hat An einer bestimmten Szene An einem bestimmten Moment An einer bestimmten Einstellung Mhm Die aber kein Zuschauer blicken wird Mhm Sondern wahrscheinlich nur die Leute Die ihn wirklich Von klein auf kennen Oder seine Frau oder so Kann gut sein, ja Und Also es wirkt schon wie ein sehr sehr persönlicher Film Und Deswegen finde ich das So was ich bei anderen Filmen kritisieren würde Dass zu viel drin ist Dass jetzt hier surreal wird Dann hast du irgendwie lustige Momente Dann hast du dramatische Momente Finde ich hier halt irgendwie Finde ich halt passend Weil Ja der Film wirkt sehr persönlich Und ist halt Visuell auf jeden Fall krass Ja Und auch akustisch tatsächlich Ich finde das Sounddesign Fand ich grandios bei dem Ding Diese Weil es ja auch so So wie ein Wie so eine lange Traumsequenz ist Wo du so durch Flowst Und dann gibt es da diese So Tanzsequenzen Die auch genial sind Finde ich Wie es akustisch gemacht ist Und wie die Schauplätze sich dann einatmen Wie auf einmal alles voller Sand ist Oder so eine Sache Ja eben Ja eben Was dann so übergeht Das kennt man ja auch so ein bisschen Jetzt von Gondry oder anderen Leuten Der Film hat mich sowieso Voll oft an Dinge erinnert Die ich dann aber nicht genau zuordnen kann Aber dass dich so Die Hauptfigur So ein bisschen an der Hand nimmt Und so durch den Film führt Das kennt man ja irgendwie auch was anderem Ja klar Und das fand ich schon irgendwie cool Zum Teil halt wirklich super abgedreht Und Aber eben sehr interessant Also ich bin hier auch beachten halt Schön Ja Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film Da überraschte mich Das hätte ich Definitiv nicht gedacht Ich dachte dass hier Dieses prätentiöse Label Überwiegen wird Und dass du den deswegen Vielleicht mit 5, 6 Punkten Oder so titulierst Also das Überrascht mich Naja es gab dann eben Echt ein paar Dialogpassagen Die fühlten sich Ein Ticken lang an Also ich meine Der Film ist ja auch nicht Gerade kurz Und da dachte ich dann eben schon Ja da hätte ich jetzt Wahrscheinlich mehr von Wenn ich halt wirklich Im Thema wäre Aber es ist eine geile Auseinandersetzung So mit So ein Rückblick halt Oder eben so ein Reflektieren Von seinem Leben Ja auch so eine Karriere Die den Zenit hat Überschritten hat Wo die Glanzzeiten vorbei sind Weißt du wie er dann so Auch bei diesem Moderator sitzt Und dann die Beziehung zwischen denen Auch hinter der Kamera Ist auch super interessant Die Dynamik Ja aber eben Aber halt da auch immer Dieses sich selbst hinterfragen Ja Das ist schon ein ganz geiler Ansatz Finde ich auch Ja Schön Tja und dann habe ich noch Tell it like a woman gesehen Wow Ja Boah Alter Das ist echt krass Dass der Film Bei den Oscars In Erscheinung getreten ist Das ist halt echt Ein Witz Das ist so ein beschissener Film Aber ich muss jetzt mal hinterfragen Das ist ja ein episodischer Film Ja Und ich meine Dave ist ja Auf ein, zwei Episoden Eingegangen Und mit verschiedenen Schauspielern Verschiedene Regisseurinnen Mhm Und keine von den Episoden Ist irgendwie sehenswert Also ist da nicht irgendwie Vereinzelwenigst so ein Zwei, drei Wo du sagst Die sind schon okay Also es gab Eine Episode Die fand ich okay Aber auch die ist Nicht auserzählt Und nicht rund Und bestenfalls Tolerierbar Die Beste ist tolerierbar Ohne Scheiß Von sieben? Ja Alter Bei allen anderen Dachte ich so Ey Leute Was Ey in der letzten Hast du Hast du einen Animationsstil Also Ach die ist animiert komplett Ja Also die letzte Ist animiert Achso Nicht Nicht der ganze Film Ist animiert Ne ne Achso okay Nur die letzte Episode Und die ist aber Auf so einem Playstation 1 Niveau Also es ist Wirklich grausam Okay Und boah alter Die erste Mit Jennifer Hudson Die Taraji P. Hansen Inszeniert hat Mhm Alter das Ding Das ist wirklich Mit Fremdschämen verbunden Weil es zum einen Schauspielerisch Wirklich schlimm ist Was Jennifer Hudson da macht Okay Die ja sonst Nicht wirklich schlecht ist Ey die spielt da So eine Schizophrenie Und das ist wirklich Also Cringe ohne Ende Was die da macht Und dann ist es noch Inszeniert wie so ein BET Fernsehfilm Oh ne Sowieso Der ganze Look des Films Ist so schlimm Na gut Der BET Fernsehfilm Passt wieder rum zu dem Song Wenn du den hörst Denkst du Denkst du automatisch An so eine Filme Und ich meine Das eben Der Sound ist halt wirklich Ein gutes Beispiel dafür Wie der Rest des Films ist Oha Das ist alles so belanglos Ja und dann sind natürlich Viele der Segmente Ja an reale Personen Angelehnt Oder reale Dinge Und dann zeigen sie Manchmal nach der Episode Eben auch noch kurz So sah die in echt aus Und das und das Hat die gerissen So Das ist halt auch Alles so lame Wie viele Punkte Konntest du dir noch Abbringen Ein Ne ohne Scheiß Das ist wirklich Ein hart beschissener Film Ich war froh Als es vorbei war Ein Punkt Ja Ich kann mir richtig vorstellen Du so Während des Films Warum strebe ich die so 100% an? Ohne Scheiß Ohne Scheiß Das habe ich mich wirklich geärgert Ey und ich habe mir auch jetzt Wieder vorgenommen Das nächstes Jahr Vielleicht ein bisschen Entspannter anzugehen Aber das ist Es kickt ja immer wieder Dann der Komplettist durch Ey aber das ist Nach sowas regst du dich Halt wirklich auf Dass du das nicht lassen kannst Ein Lied zuckt dann Mit der Playtaste hier Doch nicht Doppelklicken Ja wirklich Man Weil das ist wirklich Danach denkst du so Die Zeit hätte ich So viel sinnvoller Investieren können Ja Na gut Ja wie gesagt Manchmal muss man es Ein bisschen lockerer angehen Und es müssen nicht mal diese Kompletten 100% sein Gerade bei dem Ja Alles richtig gemacht Ja Gut dann haue ich auch mal In dazwischen Bevor du weitermachst Ne das war es doch eigentlich Oder Achso bist du durch mit deinen Ja Okay cool Na ich habe auch noch drei gesehen Mir fehlten ja vier Das waren jetzt die drei Und die Stimmt ja Stimmt ja Die fehlten ja nur vier Richtig Ich hatte irgendeinen Kopf Ja stimmt Ich war das ja mit den Zehn Ich habe im Westen nichts Neues gesehen Der hat mir noch gefehlt Während der Aufnahme Und habe ihn jetzt mal nachgeholt Auch wieder so ein Film Den ich bestimmt irgendwann mal gesehen hätte Aber jetzt aufgrund Des Oscar-Rennens Und natürlich Der vielen Nominierungen Und hier Unser Vertreter Ja Yes Für Deutschland Und hat ja auch abgeräumt Kann man nicht anders sagen Abgeräumt Auf jeden Also wir sind ja so Mindestanforderungen angegangen Und meinen so Okay den Foreign Movie So International Movie Wird den wahrscheinlich keiner nehmen Aber wäre schon geil Wenn er noch ein paar andere Oscars Ausgast holt Und hat er auch Ja Wie viel sind es geworden Vier Ich glaube vier waren es Ja Respekt dafür So geil Ja Definitiv ein geiler Film Hast du nicht zu viel versprochen Also du fandst ihn gut Und Dave fand ihn ja noch besser als wir Ich hatte ein bisschen auszusetzen Tatsächlich Weder an der schauspielischen Leistung Noch irgendwie An der Inszenierung Meine Kritikpunkte Du hattest bei keinem Schauspieler Was auszusetzen? Ne Nicht wirklich Also das was du gesagt hast Hier Hasanovic Ja Edin Hasanovic Edin Hasanovic Wo du gesagt hast Der redet so ein bisschen Als Vera Kreuzberg oder so Das fiel mir jetzt nicht negativ auf Also ich hatte es ja noch im Hinterkopf So deine Kritikpunkte Aber damit konnte ich gut leben Ich fand Daniel Brühl tatsächlich gut Hammer Was auch eine Abwechslung für mich ist Weil mir geht es genauso wie du Also ich bin da kein Riesenfan von ihm Und der war super Insofern für mich seine zweite beste Leistung Nach irgendwie nach Rush Das zweite Mal, dass ich ihn gut fand überhaupt Und da nichts auszusetzen Ich hatte wirklich ein bisschen Problem damit Dass die Inszenierung so recht modern gestaltet worden ist Was natürlich ein bisschen so Die jüngere Generation anlocken soll Was natürlich ein Netflix-Film ist Insofern hat man das Ganze nicht klassisch aufgezogen Aber ich fand es ein bisschen störend Dass A, der Score Der ja gewonnen hat für Musik Der war mir zu sehr auf die 12 Und war mir zu unpassend Für so ein klassisches Thema Das war mir zu viel Dune Und zu viel Zu viel hier Tenet Und zu wenig im Westen nichts Neues Okay Und das fand ich so ein bisschen störend Und Das gleiche gilt auch für das Color Grading Und für die Optik an sich Ich finde der hat trotzdem Auch wenn das so ein Ziemlich geiler Film ist Sehr blau alles Es ist halt so eine Netflix-Optik Ich Kann es halt nicht ablegen Dass wenn ich so einen Netflix-Film sehe Sehe ich immer irgendwie Dieses Netflix-Color-Grading Und das Gefühl hatte ich bei dem auch Und dann hat er so bei diesen Action-Momenten Hat er so diese Diese Bildrate so ein bisschen geändert Dass das so ein bisschen Staccato-mäßig wirkt und so Und das finde ich auch so ein bisschen So eine Spielerei Die finde ich halt zu modern Für den Stoff Weil die Inszenierung an sich Der Stoff Die Handlung Die Dialoge Die Schauspieler Das war schon alles sehr klassisch gehalten Und das finde ich Wurde so ein bisschen Torpediert Von der Von der technischen Umsetzung Was ich jetzt gerne ein bisschen klassischer gab Vor allem weil sie ja auch In manchen Sequenzen Halt wirklich Das was es an klassischen Filmen In die Richtung gibt Ja schon auch zitieren Diese eine Sequenz Wo sie halt losrennen Über dieses Feld Das war für mich so krass Kubrick Ja ja war es Also gut im Grunde Kriegsfilme Dass die sich irgendwie neu erfinden Ist sowieso schwierig Weißt du du hast alles irgendwo schon mal gesehen Aber alter Diese Panzerszene Wo die dann Weißt du wo die dann aus dem Nebel Diese Panzer vorkommen Oder wo die Typen mit den Flammenwerfern Einfach in die In die Gruben irgendwie rein Reinfeuern Alter Schon hart ja Das sind schon wirklich harte Momente Und Also die letzten 20 Minuten Zeigen dir erst recht Wie absurd Krieg überhaupt ist Und so Wie sinnfrei Weißt du Und Das ist schon auch ein Twist Den ich hier nicht verraten Aber ich sage Alter okay Auch wenn Natürlich So die Schlussszenen Und so Hab ich ja gehört Unterscheiden sich komplett vom Buch Und auch von der ersten Verfilmung Da Hat sich die Neuverfilmung Ein bisschen so Freiheiten genommen Aber ich hab jetzt Bock gekriegt Mir auch die alte Version Aus den 30ern anzugucken Die ich ja nie gesehen habe Ist ja auch glaube ich Auf der Schneiderliste drauf Insofern muss ich die ja Früher oder später nachholen Insofern jetzt Wurde ich motiviert Aber ist mal echt ein geiler Deutscher Film Und zu Recht am Oscar rangewesen Also 8 Punkte von mir Ach sehr schön Insofern können wir hier klingeln Ja gell Ja Und dann wollte ich natürlich Den letzten Hauptdarstellerinnen Oscar Was die Nominierung angeht Mir noch reinziehen Und hab noch Blond gesehen Oh ja Mit den Jan hier vorgestellt hat In der besagten Folge Haben wir glaube ich auch erwähnt Beim Oscar Special Ja Und du hast ihn ja auch gesehen Und warst bei einer 8 8,5 8,5 sogar Ja Ich war ja so ein bisschen Zwiegespalten bei Blond Weil Das ist eigentlich Die gleiche Begründung Die ich bei The Whale hatte Ich fand die schauspielerische Leistung Über jeden Zweifel Haben mich Ich fand sie mega Und das ist schon Sehr krass gewesen Weil Ich hab alle damals Nicht schauspielerisch So krass aufs Show Ja Die war zwar ganz nett Bei Knives Out Und ansonsten hast du die ja so Schon in großen Filmen gesehen Wie zum Beispiel Blade Runner 2049 und so Ja Besticht halt sonst auch Eher durch Optik Eher durch Optik Ja Und irgendwelche Rom-Coms Und harmlosen Actionfilmen Oder halt jetzt so einem Bond-Cameo oder so Weißt du Also nichts so Wo du jetzt sagst So wow Alter okay Mega Schauspielerin Ja Aber was dich Was dich hier aufwartet Und wie die so den Geist Und die Optik von Marley Monroe verkörpert So dass du sogar Diesen leicht kubanischen Akzent Dann irgendwie vergisst Dass du sagst Ja Scheiß drauf Ich finde nicht Dass der da war Aber ja Ja so ganz leicht Aber nicht so Dass es dich gestört hat Also du hast trotzdem gesagt Spielt sie super Also ich Definitiv Marilyn Ja Aber es ist schwierig Weil Es ist wirklich Ein langer E-Landsporn Und Der Regisseur lässt sich halt Auch nicht raus Aus dem E-Landsporn Das ist so Dass du als Zuschauer Von normalen Filmen Freust du dich halt Über irgendwie Ein Lichtblick Oder so Oder über einen Moment Wo du sagst Hier geht es mal So ein bisschen bergauf Aber es geht halt nicht bergauf Es geht nur stetig bergab Und mich hat es gar nicht so gestört Dass du Das ist hier so eine fiktive Das Biopic ist Das steht nirgends drauf Ob du jetzt ein Buch liest Oder sonst was Nur weil jetzt eine reale Person In Zentrum gerückt wird Heißt das nicht Dass da ein Anspruch Auf Realität irgendwie da drin ist Ne aber Das ist klar Dass manche Leute Das so wahrnehmen Richtig Und deswegen zerreißen die Diesen Film Und ich bin einer der wenigen Die sind so ein bisschen dazwischen Also ich störe mich nicht daran Dass das kein klassisches Biopic ist Ich finde aber Dass die schauspielische Leistung Über dem Spaß An dem Film steht Also ich finde die Umsetzung Ich finde das Das ist technischen Von den Bildern Von der Kamera Von der Musik Und von der Leistung Von Ander der Amas Ist das ein viel zu krasser Film Um den irgendwie abzustrafen Punktemäßig Aber Über diese drei Stunden Mal abgesehen davon Dass er wirklich viel zu lang ist Man hätte ihn kürzen können Also in 90 Minuten 100 Minuten Wäre das für mich Ein super Film gewesen So fand ich ihn halt zu zäh Witzig Mir kam der gar nicht so lang vor Der kam mir nicht lang vor Ja Also mein Problem ist wirklich Die Länge Und Wenn du halt drei Stunden Dieses Elend betrachtest Wo es halt wirklich Nur bergab geht Dann wird das irgendwann Ein bisschen Ein bisschen zäh Aber es hat filmisch Und schauspielerisch mega Deswegen War das gar nicht mal So leicht in der Punktevergabe Ich habe mich dann Selbst mit einer 7 geeinigt Ich habe überlegt Ob ich dem wirklich Eine 6,5 gebe Aber Das fand ich dann doch zu schwach Weil der Rest Ist halt gestimmter Und deswegen Hat er von mir eine 7 gekriegt Und wie ging es dir damit Dass man so die ganze Zeit In ihrem Kopf ist Und das auch nicht Chronologisch abläuft Und das zum Teil eben auch So surreale Momente enthält Das ist natürlich super interessant Weil du siehst diese Psychisch belastete Person Aus ihrer POV halt Aus ihrer Perspektive Insofern sind die Gedanken Und alles Was sie da auch mitbekommt Nicht immer so alles Als Realität anzusehen Weißt du Und das fand ich Einen interessanten Kniff Schauspielerisch fand ich ihn auch super Adrian Brody und so Weißt du alle die da mitspielen Auch sehr geil Teilweise ein bisschen Verheizt Ein bisschen Beiwerk So bei manchen Leuten Oder manchen Charakteren Die dann auf einmal verschwunden sind So aus dem Kapitel Ihre Mutter fand ich auch super Die Mutter war super ja Und die Anfangsszene Ist auch noch so ein Ding Steigt man in einer Mega starken Szene Ein optisch Wo halt Mit dem Feuer Mit dem Feuer Und du siehst halt diese Aschepartikel Irgendwie über L.A. Und die ganze Stadt brennt Irgendwie Weißt du Und sie fährt halt In Richtung des Feuers Und alle Fahnen hat so In die entgegengesetzte Richtung Hupen die so an Von wegen Wo willst du hin Ja Und sie sagt halt so Ja ich will halt Ich will halt die Hölle Aus der Hand sehen Sagt die Mutter halt So zu der kleinen Tochter Weißt du Da siehst du schon Okay Ja die ist super bedrohlich Die Mutter Die ist super bedrohlich Ja Ja Auch großartig gespielt Hier von Julian Wie heißt sie nochmal Nicolson Julian Nicolson Ja auch eine gute Schauspielerin Keine Ahnung Warum mir das gerade eingefallen ist Nicht schlecht Ja läuft Respekt Ja das ist unsere Ergänzung hier Ich hab den Vornamen Du hast den Nachnamen Und so So können wir mal ein Quiz mitmachen Ja Take Team Super Okay also sieben Punkte Ja Sieben für Blond Also wahrscheinlich einer der wenigen Die weder ganz unten sind Noch ganz oben Sondern sich eher irgendwie Bei einer sieben einpendeln Aber schon sehenswert Ja fand ich auch Für Leute von herausfordernden Stoffen Aber ich kann auch verstehen Dass manche den irgendwie zerreißen Oder dass manche sagen Was soll das Das ist halt schwere Kost Und man muss sich davon lösen Dass ein Biopic ist Ein klassisches Total Ja Und als drittes Hab ich mich noch entschieden Mir Nawalny anzugucken Weil das ja mein Tipp war für die Oscars Und weil das ja ein Favorit war auch Und da hab ich gesagt Okay zumindest die Die dann wirklich wahrscheinlich Den Oscar kriegen werden Die sollte ich mir schon reinziehen Ja Und deswegen hab ich mir die Doku Nochmal angeguckt Die Delphi rezensiert hat Du hast die nachgeguckt Und ich hab ihn jetzt auch gesehen Und Ich bin ja bei 8 Punkten Also ich fand's Echt unterhaltsam Und ich fand der Typ Super charismatisch Und das ist absoluter Filmstoff Also das ist so ein Ding Ja das wird verfilmt Also es muss verfilmt werden Weil die Familie halt auch so geil ist Eben ja Und ich hab das auch nur so Am Rand mitbekommen Weißt du Den Nachrichten und so Und Dachte so Alter Falter Und jetzt hab ich mal so Die ganzen Hintergründe dazu Mitgekriegt Und was da letztendlich passiert ist Und wie Putin da irgendwie Mit seinen Assassins da agiert Vor allem wie dämlich Dass er diesen Stoff verwendet Aber es ist halt wirklich Filmstoff Ja Und besonders dämlich War ja wohl dieser Typ Den die auf die Blöde angerufen haben Und dann Dieses Telefonat Alter Ja aber der war ja nicht blöd Der hat ja auch da nur versucht Alles richtig zu machen Ja ja gut klar Aber der arme Hund Der hat sich halt verstrickt Alter der arme Hund Ist ein geiler Moment Ja ja Ups Alter Also super interessant Und Dennis und Dave haben ja glaube ich auch kritisiert Dass so ein bisschen so seine privaten Seiten gezeigt werden Wie die halt mal diesen Esel gefüttert haben Und er halt dieses kleine Zwergpferd und so Aber das sorgt halt dafür Dass du den Typen so ein bisschen kennenlernst So hinter den Kulissen Finde ich auch Nicht nur die politische Seite Sondern er hat auch die private Und wie du sagst Ein charismatischer Typ Hat er aber sehr auf dem Schirm Hat er auf dem Schirm, ja Das nutzt er ganz geil Aber schon ein krasser Move Also schon ein Boss-Move Dass er sagt so Ist mein Mann so Also ey Was soll das Weil wo Dave das erzählt hat Habe ich mich halt auch gefragt Warum denn Warum will der denn da zurück Und so Ist ja voll Suizid und so Aber wenn du dann den Film siehst Dann verstehst du es Das erklärt sich Ich glaube trotzdem immer noch Dass er wahrscheinlich Mehr hätte reißen können Wenn er es nicht gemacht hätte Ja Aber so mit seiner Überzeugung Ist das natürlich echt nachvollziehbar Klar Und er schlägt Also er holt Dann natürlich die Leute Auf seiner Seite Die sagen So ist ein Feigling Der verschanzt sich im Ausland Ja klar Auch wenn er da was erreichen konnte Aber so Sagen die Leute Ja Von ganzem Herzen Ist ein russisches Russisches Original Und sitzt jetzt einfach im Knast Seit Ewigkeiten Jetzt sitzt er im Knast Ja Acht Punkte von mir Na geil Bin froh den auch gesehen zu haben Cool Ja haben wir noch ein paar Worte verloren Über die Oscar-Filme Die nicht im Oscarspecial Von uns zumindest Rezensiert worden sind Und dann haben wir natürlich auch noch Ein kleines Tippspiel Ins Leben gerufen Oh ja Für unsere Supporter Bei Patreon und Steady Und einige haben sich eingefunden Und haben ihre Tipps eingereicht Und abgegeben Bis zur Oscar-Verleihung Ja danke dafür Danke dafür Und wir haben euch versprochen Der Beste kriegt eine Banausen-Rezension Und dann haben wir gesagt Alle Egal wie viele das sind Die uns schlagen Die besser sind Als der Beste von uns dreien Darf sich für 20 Euro Irgendwie ein Amazon-Paket aussuchen Und es war sehr spannend Weil wir dachten Wir müssen unseren Supporter-Pod Komplett leer machen Ja Weil wir lagen eine ganze Weile Auf jeden Fall komplett hinten Und dann dachte ich so Oh 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 Wenn wir uns damals Aus dem Fenster gelehnt haben Ja Aber dann Gab es quasi Irgendwie ein Happy End Für beide Seiten Erzähl mal Wie ist es ausgegangen Wen dürfen wir gratulieren Wir dürfen Adrian Und Lukas Gratulieren Herzlichen Glückwunsch Die haben es beide Auf 18 Richtige geschafft Ja Adrian und Lukas 18 Richtige Das auf jeden Fall Eine sehr ordentliche Zahl Und eine ordentliche Leistung Damit habt ihr Dave und mich geschlagen Aber nicht den Lee Ja Ich habe auch gerade noch 18 geholt Ja Lee hat irgendwie auch Auf die letzten Meter Noch diese 18 Folge gemacht Insofern Für euch keine Amazon-Gutscheine Aber beide haben sich Eine Rezension Verdient Wir haben Wir fanden es albern Das dann auszulosen Wer die Rezension kriegt Haben gesagt Komm die kriegen beide eine Ja Dürft ihr euch zusätzlich Zu euren Paketen Dürft ihr euch Definitiv einen Filmwunsch Äußern Den Lee und ich Uns angucken werden Und irgendwann mal In diesem Podcast Rezensieren Glückwunsch dazu Also 18 Punkte Ist schon sehr ordentlich Ja und war wie erhofft Ein spannendes Ding Ja da waren viele Oben mit dabei Also auch mit 17 16 Punkten Sind da eine Menge gelandet Total ja Daniel hat 17 Sehr gut Kirschhardt hat 16 Dennis auch Also Ordentliche Quote Auf jeden Fall Nur Dave Dave ist Schlusslicht Von allen Es sind sowieso Guck mal Es sind nur zwei Leute Einstellig Das sind Dave Und Attenbaum Ja zwei Leute Einstellig Attenbaum hat schon Vor der Oscar Falle Er hat gesagt Gut wäre schlauer gewesen Wenn er unser Podcast Gehört hätte Bevor er die Tipps abgeht Und Dave Und Dave ist ja komplett Nach Bauchgefühl gegangen Also hat er ja gesagt Dass er wirklich nur tippt Was er sich wünscht Und das natürlich Für den Ausgang Kann das nicht gut enden Ne Unsere Isa war letztes Jahr noch Wo wir das öffentlich gemacht haben Also da durften auch die Leute Die nicht irgendwie bei Petion und Steady Supporter waren Durften da mitmachen Da hat sie es auf den dritten Geschafft irgendwie Von 50 Leuten glaube ich Die mitgemacht haben Diesmal mit 14 Punkten Auch noch gut dabei Punktreich mit mir Aber Letztendlich nur Mittelfeld So wenn man sieht Wer da oben noch dabei ist Aber 18 Lukas und Adrian Respekt Und freut mich für Adrian Weil wir am Lostoff Immerhin vorbeigezogen haben Bisher Jetzt kriegt er eine Rezension Seiner Wahl Insofern hat er so ein bisschen Gelugtuung Ja sehr schön Good Job Hat Spaß gemacht Und danke euch nochmal Für die Zahlreiche Teilnahme Ja total Fand war cool Das ist echt cool Und ich find's ja auch cool Dass eigentlich In den Kategorien Wo es auf der Kippe stand Ist es dann auch In den meisten Fällen Eben der andere geworden Den ich vermutet hab Also das war echt Bei einigen war es Wirklich knapp Ja das war zwischen uns Auch interessant Weil wir oft auch Verschiedene hatten Bei diesen 50-50 Kategorien Weißt du Und da hast du halt Instinktiv Mal wieder die richtigen Immer meistens gehabt Also Respekt Naja Trotzdem Ich glaub für meine Verhältnisse Hab ich Nicht so gut abgeschnitten Also jetzt verglichen Mit den Vorjahren Ja kann sein Ali bleibt ungeschlagen Was mich angeht Tja Krasser Typ Liso zu mir Don't waste my time Nailed it Ja Auch da drück ich dir die Daumen Dass das mal anders wird Aber vielleicht jetzt Mal Punkte raten Ja meinst du Ja Okay Kann ich mal da wenigstens Einfahren Ich geb alles Deswegen ich hör dir zu Und kannst jetzt In die Rezensionen übergehen Ja wir haben heute Jeder zwei eigene Projekte Und einen gemeinsamen Film Ein Auftragsfilm Okay ich steig mir In der Serie ein Wo ich echt nicht fassen konnte Dass die an mir vorbeigegangen ist Ich hab erst mitbekommen Dass es die gibt Weil die jetzt nach Langer Pause Eine neue Staffel Produziert haben Mhm Und dann hab ich eben gesehen Dass es die seit 2009 gibt Die Serie Damals haben die zwei Staffeln gemacht Dann wurde das gecancelt Und jetzt wieder aufgenommen Okay Und dann bei einem anderen Sender Wahrscheinlich dann wieder Ein Heim gefunden oder Nee Schon da wo sie angefangen hat Ja Ist ja ungewöhnlich Weil normalerweise werden die ja gecancelt Und dann werden die irgendwo wieder Kriegen die ein neues Heim Ja aber ich glaub das hat auch viel Mit den beteiligten Leuten zu tun Das hab ich leider nicht rausfinden können Was da genau passiert ist Warum das zwischendurch gecancelt wurde Mhm Eigentlich find's ein grandioses Konzept Die Serie heißt Party Down Party was? Party Down Down, okay Ja Sagt dir nichts Nee, sagt mir gar nichts Okay Ist eine Comedy-Serie Staffel 1 und 2 Umfassen jeweils 10 Episoden Und die dritte läuft jetzt eben gerade Mhm Creator des Ganzen John Anborn Dan Etheridge Und Paul Rudd Und Rob Thomas Die kennen sich alle Von Veronica Mars Veronica Mars Okay Ja Weil Rob Thomas war Creator von Veronica Mars John Anborn und Dan Etheridge Waren Autoren und Produzenten dabei Und Paul Rudd war ja auch mal bei Veronica Mars Mhm Und die haben das Konzept für die Serie jetzt zusammen geklöppelt Und das ist eigentlich ein total simples Ding Oder das ist finde ich so naheliegend Weil es geht um eine Gruppe von Menschen Die alle in der Schauspielbranche oder in der Filmbranche arbeiten Oder beziehungsweise Ambitionen in die Richtung haben Da aber eben keine oder nur sehr wenig Jobs haben Und deswegen als Caterer arbeiten Oh okay Das heißt Party Down ist die Catering Firma Und es geht um die Belegschaft von denen Also ist auch hier wieder im Grunde eine Workplace Comedy Mhm Ja Der Schichtleiter von dieser Firma Beziehungsweise eigentlich der Chef des Laden Also dem gehört die Firma Das ist Ron Donald Und der wird von Ken Marino gespielt Ken Marino natürlich Ja Davon kann einer Comedy-Serie oder einem Comedy-Film fehlen Ey ey Das ist so eine geile Rolle für den Herrlich Ja deswegen Also wir haben hier sowieso auch Bei den Regisseuren Das sind neun Regisseuren Haben die ganzen Folgen gemacht Dabei unter anderem Fred Savage Aber eben auch David Wayne Und Ken Marino Die ja alle aus diesem The-State-Umfeld kommen Mhm Sechs Autoren Haben das Ganze geschrieben Und der Cast Ist super krass Also allein schon diese Der Hauptcast ist ordentlich Und dann hast du aber halt In jeder Folge Irgendwelche krassen Gasts Okay Weil halt jede Das Konzept ist so Dass die eben in jeder Folge Auf einer anderen Party Gerade das Catering machen Und das sind mitunter halt Total absurde Veranstaltungen Und die spielen sich dann selber Oder die Gasts das Oder Ne ne Ach so das nicht Also ich hab mir jetzt Exos vorgestellt Dass man zum Beispiel Fiktive Charaktere hat Im Hopcast Und dann begegnen die irgendwie Ne Also es gibt Steve Guttenberg Spielt sich zum Beispiel mal selbst Okay Haben sie den wieder rausgekrabben Ja man Ja Ja da gibt's dann Es sollte eigentlich Eine Geburtstagsparty Für ihn werden Und er hat dann aber vergessen Dass er die organisiert hat Und dann feiern sie trotzdem Ja aber ebenso Hast du halt In jeder Folge Eben irgendwelche Leute Die dann im Zentrum stehen Weil es ihre Party ist Oder Weil die auf dieser Party Zu tun haben Hin und wieder Verändert sich auch Die Belegschaft Also über die Staffeln Sowieso Aber im Kern Haben wir eben erstmal Ken Marino Der halt der Chef Von dem Laden ist Und deswegen auch immer Dem Team Ansagen macht Aber das ist natürlich Schon Teil des Konzepts Dass die halt alle Überhaupt keinen Bock Auf ihren Job haben Parallel dann immer Irgendwelche Szenen lesen Und vorbereiten Weil sie am nächsten Tag Irgendein Casting haben Oder halt sonst was machen Aber halt Ja das wirklich Den ganzen Job Wirklich nur mit So einer halben Arschbarke machen Okay Dabei ist auch Adam Scott Der spielt Henry Pollard Und der ist so Das Paradebeispiel Weil der hatte Jahre zuvor Einen recht großen Erfolg Weil er in einem Werbespot mitgespielt hat Das war so eine Nationwide Kampagne Von einem Bier Und da hatte er So ein Catchphrase Wo er reinkommt Und sagt Are we having fun yet Und jetzt ist er halt Das hat seine Karriere Auch gleichzeitig gekillt Weil überall wo er reinkommt Dann im Casting heißt Ach Der are we having fun yet Guy Okay Und so ist das halt Nichts mehr geworden Mit seiner Karriere Und deswegen ist er da Im Catering gestrandet Das Problem ist aber halt auch Dass Auf sämtlichen Partys Erkennen ihn die Leute Früher oder später Heißt dann Ey Du bist doch der Are we having fun yet Typ Und er dann Versucht halt oftmals Das so Ne ne das höre ich oft So das bin ich nicht So wie Technik hier Von absoluten Giganten Ja Ja wobei Der arbeitet ja schon noch Arbeitet er noch ja 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 klar Für mich ist er immer Technik Echt Ne ne Ich hab ihn ja schon Ab und zu Film gesehen Aber ich denke dann immer so Krass ist doch Technik Also Antoine Monod Junior Der ist meine ich sogar Immer noch Auch bei Ein Fall für zwei Okay In der Hauptrollen Und doch der ist schon Der ist ganz gut im Business Das beschäftigt Ja gut Das bekomme ich aber nicht mit Ja jetzt haben wir hier im Hauptcast Noch Martin Starr Den kennen wir aus Silicon Valley Und der spielt hier Einen relativ ähnlichen Typ Ist also eher einer von der düsteren Sorte Tendenziell wenig am Lachen Und so ein bisschen grumpy Ist aber nicht Schauspieler Sondern Autor Und aber so ein ganz realer Science Fiction Autor Der dann auch immer schwer genervt ist Wenn Leute ankommen und sagen Science Fiction Achso ja ich find das auch cool Wenn da so Drachen und Zauberer sind Und er so hey das ist Fantasy Er ist hard Sci-Fi Okay Ist also natürlich auch Recht nerdy unterwegs Dann haben wir Ryan Hansen Der hat auch Ich weiß nicht ob der den Namen was sagt Du kennst die Fresse garantiert Er hat 93 Credits Auch bei Veronica Mars mitgespielt Aber war auch bei G.I. Joe Und solchen Sachen Also der hat schon wirklich Eine ganze Menge gemacht Der spielt hier halt So den Gutaussehenden In der Truppe Der Schon den ein oder anderen Erfolg Auch hatte Aber halt trotzdem noch Parallel Eben kellnert Und sich permanent halt auch Auf irgendeine Rolle vorbereitet Und dann kommt er immer an Zu Henry und sagt so Hier ich hab morgen ein Casting Und das soll irgendwie So im Shakespeare Stil sein Das Problem ist Ich kenn Shakespeare nicht Erklär mir mal Shakespeare So Okay Ja der ist also Ja der ist also Nicht gerade der hellste Aber was ist das und das passiert Und so Und die hat dann da immer Ziemlich geile Geschichten Parat Die wird dann in der zweiten Staffel Weil ihre Figur Heiratet dann reich Und so Da gibt es eine Entwicklung Und die wird dann irgendwann von Megan Mullerly ersetzt Also beim Catering Und Lizzie Kaplan ist auch von Anfang an dabei Oh wie cool Die mag ich Die ist dann da auch so eine Art Love Interest Für die Figur von Adam Scott Ja und eben die Belegschaft Verändert sich im Verlauf So als Köchin kommt dann irgendwann Zoe Shaw dazu Jennifer Coolidge ist mal mit In der Belegschaft Dann gibt es noch so ein anderes Catering Team Mit dem sie hin und wieder Auf Partys zusammen agieren müssen Da wird die Chefin von Kristen Bell gespielt Ja Veronica Mars Veronica Mars herself Ja J.K. Simmons spielt so einen Filmproduzenten Der halt ein übler Wichser ist Der ist dann auch in zwei, drei Folgen dabei Ken Jeong ist mal dabei Jennifer Garner spielt über mehrere Folgen mit James Marston Alter Jolo Trullio natürlich auch hier aus dem The State Umfeld Steve Guttenberg habe ich schon erwähnt Josh Gatt Patrick Duffy Also das Lineup ist super krass Du hast wirklich in sämtlichen Folgen Früher oder später irgendeinen A-Lister Patrick Duffy von Dallas? Ja wirklich Der Patrick Duffy Der spielt so einen verzweifelten Ex-Lover Von Jane Lynchs Figur Der kommt dann nämlich auf ihre Hochzeit rein Und sagt Stopp Und weil er halt noch voll Sie noch voll liebt Und will ein Veto einlegen Und sie sagt so Hey, hallo Ich war so auf Drogen damals Das war ja nichts Ernstes Und so musst du schon realisieren Ja, also eben Du hast immer wirklich so ganz viele Kleine Gastauftritte Josh Gatt spielt dann auch mal So den Typ Von so einer Verbindung Die eben auch eine Party organisieren Und er muss dann halt Dem Catering dauernd Irgendwie Ansagen machen Ja, das ist natürlich Wie gut ist der bitte als Coppola? Josh Gatt? Ja, um jetzt mal ein bisschen vorzuschauen Du verwechselst den gerade Ist nicht Josh Gatt? Nein, das ist hier Dan Ach, Dan Vogel Dan Dan Vogler Ja, das ist Dan Vogler Ich verwechsel die beiden immer Aber der ist krasser als Coppola Super Perfekte Besetzung Am Anfang war ich ja so skeptisch Aber wenn du den siehst Alter, ist es perfekt Wahnsinn Die beiden verwechsel ich gerne Ne, das ist Olaf Stimmt, stimmt Ja, und das ist eben Mit einer Episodenlänge Von 30 Minuten Natürlich wahnsinnig Kurzweilig Und Macht Spaß Das ist halt ein grandioses Konzept Erst recht, wenn man das halt Irgendwie kennt Weil ich meine Hier in Berlin ja auch Also es ist ja der Running Gag Wenn es heißt Du bist Schauspieler Cool, in welcher Bar Arbeitest du Weil es halt einfach Du hast Du triffst immer auf Schauspieler In der Gastro Logisch Weil es halt Ein Job ist Den du einigermaßen Flexibel nebenher machen kannst Genau, wo du verschiedene Schichten hast Wo man was tauschen kann Kannst dann halt mal kurz einspringen Sonst was Das ist ja auch immer Thema Dass die dann zwischendurch Kriegen sie einen Anruf Und Ken Marino halt immer so Ich hab euch gesagt Keine Telefone Und so Das ist halt auch Die nehmen den halt auch Null ernst Als Chef Das ist herrlich Und er ist dann halt wirklich Der kackt auch ziemlich ab Im Verlauf Der Serie so Wohnt dann irgendwann In seinem Van Und also Es halt Läuft halt alles nicht so geil Mit Party Down Aber das ist echt Eine lustige Serie Klingt voll gut Ja, musst dir angucken Ist eben im Original von Stars Deswegen hierzulande Auf Amazon Zu finden Beziehungsweise auf einem Der Spaten Dinger Muss man also kaufen Aber lohnt sich Wie kommt jetzt dieser Zehn Jahre Sprung Also wenn auch wirklich Wird dieser Abstand dann erklärt Ja, ja, total Und insofern sind die Wahrscheinlich nicht da Wo die dann Am Ende der zweiten Staffel waren Nicht alle Beziehungsweise manche halt wieder Okay Wie es halt die Branche So mitbringt Okay, also die tun nicht so Als wären jetzt einfach nur Irgendwie ein Jahr vergangen Und setzen da an Sondern das ist schon Man sieht schon Dass die gealtert sind Dass da was passiert ist Naja, total Okay Interesting Ja, ist wirklich Ein ganz geiles Konzept Klingt gut Und die hatten wohl schon Anfang der 2000er Die Idee das zu machen Damals sollte noch Paul Rudd Henry spielen Und dann hatten auch Steve Carell geplant Für Für eine durchgehende Rolle Hier, Ron Jane Lynch war auch schon dabei Und dann haben die aber Mit den Sendern verhandelt Dabei ging das in die Brüche Und Nachdem dann Veronica Mars Gecancelt wurde Haben sie halt Das Ding wieder aufgegriffen Und dann kam es Erst zustande Okay Ja Warum wurden die eingestellt Damals? Weißt du das? Ne Und das war Hing auch War lange Zeit In der Schwebe Und in der Zeit Hat sich dann Adam Scott Musste der sich auch entscheiden So warte ich jetzt Auf eine Ansage hier Ob das Ding verlängert wird Weil er hatte das Angebot Für Parks and Recreation Und hat dann Parks and Recreation Angenommen Natürlich auch insofern Ganz witzig Weil Da hat er ja dann Mit dem Mann Von Megan Mullerly Zusammengearbeitet Die ja hier dabei ist Ja und Also Ich meine Rob Thomas Also der Creator Der meinte auch Hätten die Show auch Ohne Adam Scott Weiter gemacht Aber es wurde dann Eh gecancelt Insofern Win-win Nice Ja Party Down Werde ich auf jeden Fall Auch weiter gucken Also das Ich hoffe sehr Dass das weiter geht Cool Wirklich unterhaltsam Ist noch nicht ganz raus Ob da noch eine vierte Staffel Ne Das weiß ich nicht Weil eben die dritte Jetzt gerade erst angefangen hat Ja und davon muss man gucken Wie sich das entwickelt Aber ist doch cool Dann ist da vielleicht Potenzial Dass die noch weiter geht Barry hört ja leider auf Nach der vierten Staffel Ach ja Ja ist die letzte leider Ist jetzt offiziell Mann Alter Die HBO Serien Was ist denn da los Succession ist jetzt Mit der vierten auch vorbei Ja Ist auch die letzte Da müssen wir doch ordentlich Was nachliefern Stimmt Da wird es ein paar Lücken geben Ja Ja aber also musst du auf jeden Fall Auch mal reingucken Ich kann mir gut vorstellen Dass dir das auch gefällt Finde ich super interessant Also Reizt mich Klar magst du es natürlich Auch wegen dem Schauspieler-Thema Weißt du Weil der natürlich Ja das hilft immer Logisch Ist ja immer ein Ding Was dich reizt So wenn das auch noch so Branchenintern läuft Aber für mich klingt das auch super Na cool Dann mal die Zahlen 8,2 gibt es auf IMDb Metascore ist bei 78 Mit einem Userscore von 9,5 Wow Sehr euphorisch alles Und jetzt habe ich mir mal Für die erste Staffel Die Rotten Tomatoes Zahlen Rausgeschrieben Da ist die Kritik Bei 8,5 im Schnitt Das sind 87% Empfehlung Publikum bei 4,3 von 5 Das sind halt 96% Und ja Flatterbox gibt es hier natürlich nicht So Jetzt darfst du raten Na Das kam wahrscheinlich durch Er hadert 8,5 Ja fast Ach man ey Was soll denn das Ich bin sogar bei 9 An der 9 Aber das ist wahrscheinlich Recht gut gemeint Kann mir vorstellen Dass da der Der Rest der Welt Eher nicht ist Aber Ja ich mag es sehr Ja ist ja ein bisschen subjektiv Total Party down All right Ken Marino ist so eine 1 Aber das sind wirklich Die sind alle sensationell In ihren Rollen hier Ey Jane Lynch Alter Die gehört auch einfach Zu den lustigsten Frauen Ever finde ich Ja ja Die ist super Die sind doch alle so Also alle die da aufgezählt Da sind doch so komplett Uneitel in ihren Charakteren Die sie sonst immer spielen So also Ken Marino und Bad Milo Mit der Arschgebot Ich meine Spätestens da ist alles gesagt So von wegen Dass es sich für nicht zu schade ist Und Jane Lynch sowieso Ken Marino Der kann halt auch Diesen Loser Echt geil Ja Aber kann auch so Einen gelackten Erfolgstypen Kann auch spielen Da gab es ja auch So ein paar Rollen Wo er so ein Weiß ich Geh jetzt mal In den Yachtclub Und so gespielt hat Also so eine Charaktere Oder ich hab jetzt hier Eine Mitgliedschaft im Golfclub Und so Ich hab jetzt keine Zeit für dich Bei Black Monday Spielt er ja eine Doppelrolle Spielt er eine Doppelrolle Also da spielt er sich Und seinen Zwillingsbruder Und das sind so Leland Brothers Mäßig Also da sollen die darstellen Das sind halt so super reiche Business Milliardäre Die dann halt immer Irgendwelche Kurzen Ansagen machen Und das ist auch Das komplette Gegenteil Von der Figur hier Also ich weiß was du meinst Er kann diesen gelackten Typen Kann der auch Ja Absolut Alright So jetzt Werde ich jetzt mal machen Und Ich habe hier Noch ein Losrund zu liegen Nämlich Zusätzlich zu unserem Supporter Special Habe ich ja noch Mit vollem Mund Oder großkotzig wie ich bin Habe ich ja noch Zwei Lose gezogen Und das jetzt Das zweite Los Was ich jetzt hier erfülle Und mache Unser Kumpel Erik glücklich Der hat sich nämlich Für unsere Sonderlosziehung Cogni Cognis vs. Zombies gewünscht Ach ja Und den habe ich mir jetzt angeguckt Aus dem Jahr 2012 Aber jetzt bin ich sehr gespannt Ja Weil den wollte ich auch Irgendwann sehen Wolltest du auch irgendwann sehen Liegt das auch an der Deutschen Beteiligung Oder weißt du das gar nicht Ne das wusste ich gar nicht Das ist ein deutscher Macher Die Idee ist von ihm Das Drehbuch stammt von ihm Und die Regie ist von ihm Nämlich Matthias Höne Okay Der steckt dahinter Und ich habe ein Interview Von ihm angeguckt Wo er gesagt hat Dass es unmöglich ist So einen Film in Deutschland Zu realisieren Weil du kriegst keine Filmförderung Du kriegst gar nichts Und da hat er sein Glück In England probiert Und da hat er dann Dieses Projekt stemmen können Mit englischen Schauspielern Mit der englischen Förderung Und da hat er dann Tatsächlich die Finanzen Für zusammenbekommen Um einen Zombiefilm zu drehen Da kam ja wahrscheinlich Dann auch das Cogni dazu Oder gab es das schon Als er das Ding Noch in Deutschland machen wollte Ich gehe mal davon aus Dass da das Cogni Wahrscheinlich dazu kam Davor wäre es vielleicht Almats gegen Zombies gewesen Oder weiß nicht Wie er es dann genannt hätte Schwäbisch vs. Zombies Genau Die Schwaben wirst die Zombies Das Drehbuch stammt von jemanden Der ein sehr exzellentes Drehbuch Schon mal Zu Papier gebracht hat Und zwar das Drehbuch von Severance Das ist James Moran Und der hat Severance geschrieben Damals Den ich ja sehr geil finde Habe ich hier schon Das ein oder andere Mal erwähnt Dass das ein Horrorfilm ist Der mit diesen gängigen Klischees spielt Aber sie mega intelligent umschifft Und den haben wir auch schon Noch im Lostopf rumzuschwören Insofern bin ich gespannt Wenn der gezogen wird Dann würde ich den schon Sehr ans Herz legen Und der hat auch das Drehbuch Zu Cogni vs. Zombies Zusammen mit besagten Matthias Höhne geschrieben Und ich erzähle mal kurz Worum es geht Also der Titel des Programms Ist eine Zombie-Splatter-Comedy Aus England Und am Anfang sehen wir Bauarbeiter Die bei ihren Arbeiten da Irgendwo mitten in der Stadt In London Eine Gruft freilegen Die sehen halt einen Stein Einen uralten Und dann legen die halt Die Gruft frei Gehen da rein Und befreien dann Untote In dieser Gruft War noch so ein Skelettform Die dann irgendwie beim Biss Dieser Bauarbeiter Ein Virus verbreiten Das sich dann ausbreitet Und jeder der gebissen wird Wird dann praktisch zum Untoten Zum Zombies Also die ersten Zombies Die durch die Stadt laufen Sind logischerweise Die Leute die da auf dem Bau Gearbeitet haben Das ist ein sehr klassischer Einstieg Sehr klassischer Einstieg Und dann haben wir so Zwei Gruppen an Charakteren Aus zwei verschiedenen Schauplätzen Die man dann verknüpfen wird Im Laufe des Films Das sind einmal so ein paar Loser Die planen Einen Banküberfall Und für diesen Banküberfall Rekrutieren die So ziemlich den aggressivsten Krankesten Typen Den die finden können Nämlich Metal Mickey Das ist so ein schwarzer Beide Zähne immer bewaffnet So rennt man mit Knarren Durch die Gegend Und ist super aggressiv So ein schöner Name Und in der Nähe der Baustelle Ist ein Seniorenheim Und einer Von diesen Rändern In diesem Seniorenheim Ist der Großvater Von einem der Bankräuber Und das Altersheim Soll abgerissen werden Okay Es sei denn Das Altersheim Kriegt irgendwo eine Finanzspritze Kriegt genug Kohle Um das Altersheim Wieder aufrecht zu halten Und dann kann es weitergehen Und das ist auch Das ursprüngliche Motiv Dieses Bankraubs Weil die Jungs Wollen ihren Großvater unterstützen Und wollen mit dem Geld Natürlich das Altersheim retten Das mal selbst los Das ist der Plan Und jetzt haben wir Diese Truppe In diesem Altersheim Die mit einer Zombie Epidemie Zu kämpfen haben Weil auf einmal So gucken die Aus dem Fenster So weißt du Von ihrer Terrasse Da irgendwie schön Mit ihrem Rollator Und dann Kommen die ersten Zombies Um die Ecke Und unsere Jungs Werden beim Banküberfall Ebenfalls von dieser Zombie Epidemie überrascht Und dann geht es darum Dass die Diese beiden Schauplätze Irgendwie aufeinandertreffen Und zueinander finden Während die Immer wieder von links Und rechts angegriffen werden Okay jetzt gleich mal Die wichtigste Frage Mit was für Zombies Haben wir es hier zu tun Also sind die Klassisch Also auch in so einem Rentnertempo unterwegs Eher ja Auf jeden Fall Die sind im Rentnertempo Unterwegs Damit wird auch gespielt Und das ist eine Der lustigen Szenen Also er hat ein paar Lustige Einfälle Du hast nämlich Was du gerade erwähnt hast Die Geschwindigkeit der Zombies Wird thematisiert Indem die erstmal Natürlich wegrennen Und sich dann umrehen Und dann merken Wie lahm eigentlich Diese Untoten sind Und dann Auch noch mit den Zombies So spielen Und die verarschen Und sagen so Jetzt leg mal ein bisschen Leg mal den Zahn zu Und so weiter Was ist denn das Der ist ja morgen hier So weißt du Also so Damit wird gespielt Das ist jetzt nicht Diese 28 Days Geschwindigkeit Von diesen Zombies Die halt irgendwie So einen Hausflug hochrennen Mit voller Geschwindigkeit Und das ist nicht Der einzige lustige Einfall Also es sind immer wieder So witzige Momente Du hast in einem Moment Hast du halt einen Zombie Der sich so im Unterarm Von dem einen verfängt Und er ballert ihm halt So den Kopf weg Und der Unterkiefer Und die komplette Untere Gesichtshälfte Bleibt aber in seinem Arm hängen Und zwar eine ganze Weile Du siehst dann praktisch Diesen weggeschossenen Körper Also diesen weggeschossenen Kopf Hast du nicht mehr Aber der Unterkiefer Und so ein Stück von der Haut Hast du halt immer noch In diesem Arm hängen Von diesem Typen Als er sich noch weiter Durchkämpft Okay Das ist ein ganz witziger Moment Also das ist natürlich Alles eine leichte Tonalität Einigung an Shaun of the Dead Werden natürlich zwangsläufig wach Aber der ist hier Um einiges billiger Die Spezialeffekte sind Von mäßig bis okay Sag ich mal Also da ist definitiv Raum nach oben Das ist natürlich Für so einen Film Ein bisschen schade Das ist definitiv schade Und du hast ein paar Bekannte Gesichter Also in einer Bank Eine der Bankangestellten Wir gespielt von Georgia King Das ist die Blondine In Vice Principles Oh Gott In die sich hier Unser Hauptcharakter verliebt Und hier Danny McBride Und im Altersheim Warst du tatsächlich Noch zwei Hochkaräter Da spielt einmal Alan Ford mit Das ist der Althor Snatch Der auch die Boxkämpfer Organisiert und so Den haben wir definitiv So einen britischen Film Hat man den schon gesehen Und dann An seiner Seite Hat man noch Honor Blackman Eine der prominentesten Bondgirls aller Zeiten Nämlich Pussy Galore Mittlerweile auch verstorben Das war ihre letzte Filmrolle Und die ist ein paar Jahre später Ist die dann auch gestorben Im hohen Alter Die war ja auch schon über 90 Und Alan Ford Und Honor Blackman Spielen dann zwei Ansässige von diesem Seniorenheim Und setzen sich da auch Das ein oder andere Mal Durch Zombies durch Ist auch ein lustiger Lustiger letzter Credit Für so eine Ja Ziemlich geil Für so eine Dame Ja Was ich hier mag Ist der Indie Soundtrack Du hast so Songs von Kaiser Chiefs Und die Automatic Die Heavy Und so Also so gute Bands Auf jeden Fall Die hier Die hier für den Soundtrack sorgen Und die haben damals In London Diese Zombie Statisten Die hier gesucht wurden Per Zeitungsanzeige Und Bewerbungsvideos In London Hat irgendwie gesucht Die man dann einschicken musste Und so wurden die dann gefunden Also es waren jetzt nicht Irgendwelche Leute Von Schauspielagenturen Sondern da ist man Erstmal suchen gegangen Und da hat die dann Ausbildung geschickt Wie man sich als Zombie Bewegen sollte Also alles Finde ich aber Einen ganz coolen Ansatz Weil gerade bei sowas Das profitiert ja stark davon Wenn da Leute mitmachen Die tierisch Bock drauf haben Ja Das definitiv Und bei dem Genre Hast du natürlich Viele Fans Die sich dann freuen Auch als Komparse Bei sowas dabei zu sein Ja ist natürlich cool Wenn man sich dann Von sich aus bewirbt Dann ist da irgendwas hinter So weißt du Ja eben Du weißt Dass es nicht dein großer Filmischer Durchbruch sein wird Wenn du jetzt auch noch Schauspielschule fragst Da wird keiner sagen Ja okay Das wird bestimmt die Rolle Die mich jetzt In den Starroom bringt Aber klar So hast du natürlich Genre Fans Die sich da bewerben Und Bock haben Damit zu machen Hat keine dolle Laufzeit Geht 88 Minuten Also nicht mal irgendwie Anderthalb Stunden Ist aus dem Jahr 2012 Ja aber das ist ja Wahrscheinlich gerade gut Oder dass der nicht Länger ist Also ja genau Es ist zwar einerseits Recht kurzweilig Auf der anderen Seite Ist es auch ein bisschen Billow Und ein bisschen lahm Also ist jetzt definitiv Nicht ein riesen Krasser Vertreter Sein des Genres Es ist ein netter Zombie-Beitrag Aber Doll war es nicht Ich würde es mal So zusammenfassen Echt? Das klang jetzt so Als es jetzt Spaß gab Ne Also ist wirklich Mäßig Echt? Ist nicht doll Er hat ein paar nette Momente Wie gesagt Die ich auch aufgezählt habe Er hat so witzige Akzente Aber Da ist auch viel Leerlof Dazwischen und so Und halt Schauspieler sind nicht Alle doll Die Effekte sind nicht doll Ist halt keine doll Also solange es so eine Film wie Shaun of the Dead Gibt werden es so eine Film halt schwer haben Und deswegen War nett gemeint Aber nicht mehr Ist kein guter Vertreter Des Genres Hm Okay Brauch ich mir nicht angucken Ja? Ne brauchst du dich nicht angucken Also verpasst du nichts Wenn du den nicht gesehen hast Da guckt ihr lieber hier Scouts vs. Zombies an Den wir auch im Lostopf haben Ja Den hat er mal reingeworfen Den mochte ich um einiges mehr Okay Also es gibt so ein paar Zombie-Filme jetzt Abseits der ganz großen Die ich ja Die ich ja ganz cool finde Aber Der gehört nicht dazu Also guckt nicht vs. Zombies Kann man sich klemmen Fand Erik jetzt auch nicht mega Der hat ihn mit drei Sternen Jetzt irgendwie bei Letterboxd gelockt Also Ist jetzt auch nicht so ein Viereinhalb-Sterne-Film Den er jetzt so als Herzfilm Hier reingeschmissen hat Okay Sondern Weiß nicht Vielleicht dachte er Gefällt uns besser Oder Wollte wissen was wir darüber denken Aber er Ist jetzt auch kein Lieblingsfilm von ihm Das Kann ich schon mal hier auch bestätigen Insofern Könnte man fragen Was soll das War es so schlimm oder was Naja nicht schlimm Aber Wie gesagt Er hat ihn halt selber nicht Normalerweise ist es ja so Wenn ich einen Film halt nicht geil finde Gucke ich halt so Okay und der landet bei denen Und bei Viereinhalb-Sterne Oder bei Fünf-Sterne Bei den Supportern Oder bei Dreieinhalb oder sowas Das sind halt so Filme Die die selber halt mögen Die bei uns aber nicht gut ankommen Das ist ja legitim Also Film den man selber mittelmäßig findet So Ich finde ihn jetzt auch mittelmäßig Insofern Deswegen frage ich mich natürlich Ein bisschen nach dem Jetzt findest du ihn schon wieder mittelmäßig Jetzt gerade Okay ich bin verwirrt Wieso? Na weil gerade klang das so Als würdest du ihn echt nicht gut finden Und jetzt sagst du mittelmäßig Nicht doll Hab ich gesagt Ja Also ist definitiv Gibt es da bessere Aber es ist natürlich ein bisschen Zombie-Action Und ein bisschen lustige Lustige Momente Und ein bisschen selbstironisch Also dadurch hat er eine gewisse Kurzweiligkeit Ist jetzt keine Gurke Naja Okay Ja Na gut Punkte IMDb 5,9 Meta-Scot 52 Rotten Tomatoes 5,8 3,1 Gibt es vom Publikum Von Bei Rotten Tomatoes Und Letterboxd ist bei einer 2,8 Na okay Das ist auch nicht alles Auch nicht gerade alles Super gut Aber ich sag Viereinhalb Und eine 5 ist es noch geworden Okay Eine 5 Für Cogniz vs. Zombies Also Durchschnittswahre Mhm Alright Los abgehakt Gruß an Erik Weiter geht's Okay Dann Komme ich mit meinem nächsten Projekt Das ist ein Film Und es geht wieder um Schauspieler Wieder Themenamt Mhm Und jetzt habe ich hier ein bisschen weiter gemacht In der Filmografie von Judd Apatow Der für diesen Film Resi nominiert war Okay Musste sich Coulson Baker und Mord Sun geschlagen geben Für Good Morning Aber immerhin Eine Resi Nominierung Und das ist wirklich krass Weil dieser Film Alter der kriegt so viel Hass ab Und das wusste ich im Vorfeld Also das habe ich von Vielen Stellen gehört Weil der Film ist aus dem letzten Jahr Erschien ausgerechnet zum 1. April 2022 Auf Netflix Und heißt The Bubble Oh je Siehste Oh je Die Vorschusslorbeeren Ja Du hast also auch schon viel Schlechtes gehört Ja wir haben ja auch eine Bubble passenderweise Und da kam nichts Gutes drüber Ich habe viel Schlechtes gehört Ja Klang nicht so als müsste man den Jetzt unbedingt gesehen haben Ja siehste Habe ich mich mal gar nicht von abschrecken lassen Ja der Completionist Hat wieder zugeschlagen Naja und dann Also ich habe mir dann halt mal durchgelesen Was hier handlungsmäßig geht Unabhängig davon Dass ich eben sowieso Mir gerne irgendwann alle Filme von Judd Apatow angeguckt haben möchte Mhm Und dann dachte ich Dann wollte ich halt echt wissen Warum die das alle so scheiße finden Weil eigentlich klang das Auf dem Papier ganz lustig Oder zumindest so Dass es lustig sein könnte Okay Ja Weißt du worum es geht? Nee Ich habe irgendwie Schauspieler von einem Greenscreen Irgendwie im Kopf Aber so richtig Okay Das heißt also du hast Konntest den Begriff auch nicht Mit dem Inhalt des Films Irgendwie Verknüpfen Nee Also The Bubble deswegen Weil zu Beginn der Pandemie Mussten sich ja Sämtliche Filmproduktionen Überlegen Wie produzieren wir jetzt weiter Unter den Covid-Bedingungen Und da war ja dann Relativ schnell ein Konzept Was sich etabliert hatte Dass man eine Bubble kreiert Ich glaube Peaky Blinders Waren die ersten Die das gemacht haben Mhm Heißt Du schottest Das komplett ab Kreierst also eine Bubble Heißt alle Die reinkommen Bleiben da drin Wenn sie natürlich Werden die im Vorfeld getestet Mit Quarantäne im Vorfeld Und Dann hast du idealerweise Eben Ein geschlossenes Set Wo keiner rein und raus kommt Und dadurch kannst du das Ansteckungsszenario halt auch Besser kontrollieren Mhm So zumindest in der Theorie Ja und das habe ich ja auch Miterlebt Einmal als es um Blood Red Sky ging Mhm Und Da war ja dann auch Also war ich ja schon zu Stunt und Maskenproben In Prag Und das weiß ich noch Ey das war Ich glaube 17. März Jedenfalls hieß es dann Am ersten Tag noch Nachdem wir die Proben hatten Hieß es Ey irgendwie ist gerade Hier Virus Und wir wissen nicht Was los ist Und es könnte sein Dass die hier morgen Das Land dicht machen Und es war dann auch so Und dann mussten wir Am nächsten Tag halt echt Gucken dass wir schnellstmöglich Da rauskommen Weil die ja die Grenzen Dicht gemacht haben Und dann hieß es noch Auf dem Weg zurück Nach Berlin Hieß es Produktion wird jetzt mal Mindestens einen Monat Auf Eis gelegt Weil wir müssen jetzt Erst mal gucken Wie das mit Corona ist Und wie wir unter Diesen Bedingungen Überhaupt weiterdrehen können Und die Aktion hat mich Ja unterm Strich Den Job gekostet Weil ich dann schon Bei einer anderen Produktion Einen Termin hatte Und dann fiel der Dreh Ausgerechnet auf diesen Termin Und dann wurde ich halt Umbesetzt Weil ich konnte nicht mehr Zum nächsten Termin Ja und das ist aber halt Unter anderem auch mit Thema hier Dass eben dieses ganze Drehen unter Corona Bedingungen Halt wahnsinnig viele Probleme Mit sich führt Und das hier ist eine Satire Das ist wieder mal Einer dieser Filme Die halt so die Dinge Die sich in der Branche In Hollywood abspielen Aufs Korn nimmt Und das Ganze halt Recht selbstironisch aufzieht Also die Handlung ist die Warte mal Ich hab noch nicht erzählt Wer das geschrieben hat Judd Eppertor hat das nämlich Zusammen mit Pam Brady geschrieben Und das wusste ich im Vorfeld nicht Aber das spricht auf jeden Fall Sehr dafür Weil diese Dame Hat unter anderem Team America geschrieben Und den South Park Film Hat sowieso für South Park Eine ganze Menge geschrieben Lady Dynamite Stammt von der Und Hot Rod hat die geschrieben Also Wenn du das weißt Ist ja klar Das reizt ja Alles Dinge die ich gut finde Das wusste ich aber im Vorfeld nicht So deswegen Also ja Ich hatte auch so meine Vorbehalte Weil ich eben so viel Negatives gehört hatte Aber jetzt aber die Handlung Karen Gillen spielt Carol Cobb Die ist erfolgreiche Schauspielerin Hat bei so einem großen Franchise mitgemacht Und das war aber Eine problematische Äh ne Quatsch Hat bei diesem großen Franchise mitgemacht Wurde dadurch sehr erfolgreich Und hat dann Bei so einem Sollte wohl so ein Festival werden Hat die eine relativ Problematische Rolle Angenommen Das ist eh so witzig Weil ihre Figur Die sie da angenommen hat Ist halb israeli Halb palästinensisch Und in dem Film Geht es dann auch noch Um Aliens Und die haben halt Irgendwie versucht Diesen Nahostkonflikt In dem Film zu thematisieren Das ist halt auch schon So herrlich ironisch Dass das völlig Panne ist Weil die zeigen dann Ein Ausschnitt aus dem Film Das ist halt so bescheuert Dass sie diesen Nahostkonflikt Mit so einem Alienfilm Irgendwie thematisieren wollen Ja und diese Rolle Die hat halt so ein bisschen Shitstorm ausgelöst Weil die Kritik halt den Film Komplett auseinandergenommen hat Und das hat sie eben fast Ihre Karriere gekostet Naja Und jetzt hat sie aber Die Chance Diese Karriere wieder zu beleben Weil das Franchise Mit dem sie groß geworden ist Das geht jetzt In den sechsten Teil Diese Reihe Diese Filmreihe Heißt Cliff Beasts Und da hat sie eben Eine der Hauptrollen gespielt Dr. Lacey Nightingale Und jetzt steht der sechste Teil Dieser Reihe an Den sie eben unter Pandemiebedingungen drehen wollen Cliff Beasts 6 Battle for Everest Memories of a Requiem So wird der heißen Und Schnittiger Titel Ja total oder Das ist aber eben auch schon Dieses ironische hier Dass sie halt diese Franchises Auch irgendwie aufs Korn nehmen Weil das halt so Es wird natürlich auch oft gesagt So hey wir haben jetzt hier Eigentlich fünfmal schon Den gleichen Film gedreht Und der sechste wird sich Auch nicht unterscheiden Und das ist eh alles Völlig sinnfrei Weil es halt so ein Blockbuster ist Es ist halt so eine Blockbuster Filmreihe Wo du CGI Dinosaurier hast Die Gegen unsere Helden kämpfen Die Cliff Beasts eben Ja und Jetzt soll eben Dieser sechste Teil gedreht werden Und der Clou daran ist Dass Carol Den fünften abgelehnt hatte Dadurch Hat sie halt mit einigen Ihrer Co-Stars Die Bei der Reihe Weiter mitgemacht haben Da gibt es schon So ein bisschen Spannung Weil die ihr das natürlich Übel genommen haben Dass die da einfach Ausgestiegen ist So und jetzt kommt sie Für den sechsten Teil zurück Lässt sich da eben überreden Obwohl sie da anfänglich Überhaupt keinen Bock drauf hat Zumal Ihre Situation Zu Hause Da auch mit ein Thema ist Weil die Einen Freund hat Mit dem sie zusammenlebt Der Freund hat Zwei Kinder Die jetzt auch Bei ihr mit zu Hause leben Also noch nicht Stiefkinder Aber halt geht in die Richtung Naja und ihr Freund ist aber Durch die Pandemie Halt völlig Depressiv Und jetzt Hat sie eben Hemmung Den alleine Zu Hause zu lassen Mit den Kindern Weil sie jetzt eben Für die Dreharbeiten Mal mindestens drei Monate Nach England müsste Das wird dann auch Echt zum Problem So weil er droht Ja dann auch mit Trennung Und ja sie muss sich Aber halt committen Und ist dann eben Dabei Jetzt ist das halt Eine der ersten Großen Filmproduktionen Die während der Pandemie Gedreht werden soll Und so werden die ganzen Schauspieler Aus diesem Cliff Beasts Franchise In ein schickes Hotel In England gekarrt Und müssen da dann Erstmal zwei Wochen In Quarantäne Und das ist halt auch so geil Wie der Produzent Sie überredet Weißt du Und sagt so Hey das sind ganz Das sind schnelle drei Monate Das wird total lustig Und wir sind da alle In England Und da in der Bubble Und das wird total cool Und du musst auch nur Ganz kurz In zwei Wochen in Quarantäne Und dann geht's auch schon los Und dann werden die natürlich Auch erstmal alle In ihrer Quarantäne gezeigt Und drehen halt völlig durch Weil die halt die ganze Zeit Auf dem Hotelzimmer festhängen Und ich meine das war Witzigerweise bei mir In Prag auch schon so Wir mussten halt auch Vor dem Proben Und wären dann Eben für den nächsten Dreh Hätten wir auch nochmal Das war bei mir auch der Grund Warum es nicht geklappt hat Die eben Wir hatten eine Quarantänezeit Von ich glaub Zehn Tagen Die wir vorm Dreh Im Hotel Hätten bleiben müssen Und in der Zeit Hatte ich halt Einen anderen Job Und deswegen konnte ich Das Ding nicht Ja und hier müssen Ja und hier müssen die eben Zwei Wochen dann erstmal Im Hotelzimmer abhängen Und da drehen die natürlich Auch schon ziemlich durch Weil wir haben es hier Natürlich auch mit Recht großen Divas zu tun So und dann Sollen die alle In Quarantäne sein Dann gibt's Nach diesen zwei Wochen Gibt's dann so eine Willkommensparty Für Cast und Crew Und da geht dann Natürlich das große Wiedersehen los Und dann sehen wir eben Wieso die Verhältnisse Unter den einzelnen Castmitgliedern sind Und das ist mitunter Schon sehr lustig Weil die haben natürlich Geschichte Ja Da sind nämlich noch dabei Leslie Mann Die darf natürlich nicht fehlen Die Frau von Judd Apatow Und auch seine Tochter Ist wieder dabei Die Iris Dann haben wir noch Keegan-Michael Key Der ist halt auch Einer der Schauspieler In dem Franchise David Duchovny Und der wiederum Ist mit der Figur Von Leslie Mann Zusammen Beziehungsweise Die waren zusammen Haben dann Einen erwachsenen Sohn Adoptiert Also der Typ ist halt Irgendwie 16 oder 17 Den haben sie aber Adoptiert kurz bevor Sie sich haben scheiden lassen Und jetzt will sich Niemand so richtig Um den Jungen kümmern Und das ist eh Total lustig Weil der ist halt Gefühlt gerade mal Zwei Wochen bei denen Gewesen oder so Und sie versucht es Halt immer so mit Ja ich bin jetzt Deine Mutter Und er ist dein Vater Und so Und er so Hey mein Vater von wegen Ich hab mal gegoogelt Was der früher so gemacht hat Und der war ja voll Der Wichser Und das ist so lustig Wie er erst so sukzessive Übers Internet Dinge Über seinen Vater Rausfindet Okay Ja also das ist halt auch Ein völlig absurdes Szenario Dass die eben diesen Sohn Adoptiert haben Ja und dann haben wir noch Gas Khan Den kenne ich Aus Army of Thieves Der soll hier In diesem Franchise Den Comic Relief darstellen Und ist aber halt auch Irgendwie schwer genervt Von dieser ganzen Pandemie Situation Und dann haben die Zwei Leute neu dazu geholt Zu dem Franchise Einer davon ist Pedro Pascal Der spielt hier Dieter Bravo Dieter Der spricht im Film Auch mit dem Also Im Film Im Film Mit dem absurdesten Akzent Von dem ich keine Ahnung hab Was das sein soll Aber ist halt maßlos drüber Ja und die die Am wichtigsten ist Die die neu dazu kommt Ist Crystal Chris Gespielt von Iris Apatow Das ist so ein TikTok Star Die sie jetzt natürlich Dazu holen Für die junge Generation Damit die natürlich noch mal Möglichst viele Leute abgreift Und die hat halt irgendwie 100 Millionen Follower Auf TikTok Und macht dann halt Dauernd ihre Tanzvideos Regisseur von diesem Sechsten Teil Ist Fred Armisen Danke Der hat gerade auf Irgendwelchen Festivals Preise gewonnen Weil er mit seinem iPhone 6 Irgendwie einen Film gedreht hat Und ist jetzt halt Auch da wieder Natürlich gemessen So ein bisschen An reale Dinge angelehnt Dieses Dieser Umstand Dass sich irgendwelche Marvel und sonst wer Irgendwelche Festival Regisseure holt Die halt irgendwie Einen Hit hatten Und dann heißt so Und jetzt hast du Ein 100 Millionen Dollar Projekt Und jetzt mach Das wird damit natürlich Auch so ein bisschen verarscht Weil er muss jetzt halt hier Hat halt so ein Minifilm gedreht Und muss jetzt hier Mit diesen großen Divas irgendwie hantieren Und ist damit natürlich Maßlos überfordert Und dann Spielt die Belegschaft Des Hotels natürlich Auch noch mit rein Oder ist halt Teil Des Hauptcasts Weil die natürlich halt Alle Teil dieser Bubble sind Und da haben wir noch Maria Bakalova Die hier Das war so ihre erste Rolle Nach dem Borat Film Hat auch am Set Von ihrer Oscar Nominierung Erfahren Eigentlich ganz cool Wer das ist dabei Das ist ein Comedian Den man von Netflix Auch kennen könnte Und dann natürlich auch Wirklich wie eben Fred Armisen So einige Leute Aus dem SNL Umfeld Kate McKinnon Von dir natürlich Sehr geliebt Daisy Ridley ist noch mit bei John Lithgow Also wirklich viele Leute Die hier auch so kleine Cameo Zum Teil nur eine Szene John Cena James McAvoy Hat ein Cameo Alter okay Und die Tochter von Dennis Hopper Galen Hopper Spielt hier auch Gar nicht mal so eine kleine Rolle Sagt mir nichts Wusst nicht dass die spielt Wusst ich auch nicht Bis zu diesem Film Rasset die aus aus Ja die hat zumindest Eine recht körperliche Szene Okay Ja und das ist Wie gesagt Das ist eine Satire Das ist alles Recht selbstironisch Das nimmt diese ganze Hollywood-Arie Aufs Korn Und hat eine Menge Hass abbekommen Alter Und ich find's so lustig Weil wenn du dir so Auf Letterboxd durchliest Was da die ganzen Millennials An Hass verbreiten Über diesen Film Da denkst du halt so Ja okay Und ihr habt noch nie 40 year old virgin geguckt Oder was Ihr regt euch alle auf Weil euch Don't look up Nicht deep genug war Und ihr euch über Oscar-Nominierungen Aufgeregt hat So was Was hatet ihr denn Dermaßen gegen Judd Apatow Der hat früher Wenn du dir anguckst Was für Filme der produziert Regie hin und her Aber Alter Der hat Klamauk Für die breite Masse Jetzt mal Hat der vom anderen Stern Gemacht Alter Ich mein der hat super viele Will Ferrell Filme produziert Also Ja Alles Dinge Die ich wahnsinnig lustig finde Warum tun die so Als Wäre Judd Apatow Irgendwie Der Der Künstler Unter den Regisseuren Also Was ist denn da los Warum 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 hassen die den dermaßen Kann ich dir nicht sagen Also unser Kumpel Otto Ich hab grad mal nachgeschlagen Der unterscheidet das zumindest So wie du es jetzt gerade Eingeleitet hast Zwischen dem Produzenten Und Anderen Departments tätigen Judd Apatow Und als Regisseur Weil der Schreibt hier zu diesem Film Ähm Ich werd das Ding hier nicht Hundescheiße nennen Auch wenn's mein erster Impuls war Denn dieser muffig dampfende Abfall Von einem Stream Kommt von einem alten Kläffer Der meiner Meinung nach Schon Ende der Nuller Eingeschläfert Hätte werden sollen Und ich spreche hier von Apatow dem Regisseur Nicht Apatow dem Talentförderer Produzent Absegner und Anfeuerer Soll er doch weiter Gute Laune fördern Und seinen Namen aufs Poster knallen Solange er nicht mal Einem Directed beifolgt Also Otto ist Kein Fan als Regisseur Aber weiß natürlich zu schätzen Dass der eben Dieses ganze Zeug produziert hat Ich war jetzt mal ohne Scheiß Allein 40 year old virgin Ja klar Dafür Musst er doch Einen Stein im Brett haben Also und das ist auch Regie von Judd Apatow Ja ja Und der hat einige Filme gemacht Die wir gut fanden Also funny people Mögen wir beide Mhm Der ist jetzt wahrscheinlich Eher noch einer von Den weniger lustigen Filmen Mhm Aber eben Also auch allein als Produzent Und da hat er ja auch oft mitgeschrieben Und die Inszenierung Weißt du Also Auch da wieder Ist ja nicht so Als würdest du seine Filme Also als gäbe es da so eine Handschrift Dass du sofort sagen kannst Ja alles klar Das ist ein Judd Apatow Film Mhm Der hat natürlich oft Abgefahrene Dinge Mhm Und dann regen sich da Leute auf Dass dann eben ja Klar werden hier TikTok Videos gemacht Weil natürlich auch erzählt wird Dass eben Die eine Schauspielerin Halt mehr TikToks da als Schauspielerin ist Und Aber für mich hat das halt eine sehr satirische Note Weil das ist nun mal die Realität Alter Also das ist ja was Also damit müssen sich halt gestandene Schauspieler rumschlagen Dass dann plötzlich Kriegst du einen auf die Backe gedrückt Mit dem du spielen sollst Der aber mit Schauspieler eigentlich nichts am Hut hat Weil er aus einer komplett anderen Ecke kommt Aber ja Das So wird halt in Hollywood Zur Zeit besetzt Ist ja nicht komplett von der Hand zu weisen Also ich höre raus Du kannst den Hass nicht ganz nachvollziehen Ich kann den Überhaupt nicht nachvollziehen Überhaupt nicht sogar Okay Weil das ist wirklich lustig Alter Echt ja Plot Twist Okay Ich hatte hier Echt meinen Spaß Und Ja Also ich kann Verstehen Dass man das nicht Komplett rund findet Oder dass das jetzt Natürlich auch nicht irgendwie tiefgründig ist Und Die machen hier halt eine Menge Scheiß Und das hat einen satirischen Überbau Aber dass das jetzt nicht Die große Polit-Satire ist Oder irgendwie hier A la Triangle of Sadness Irgendwie so die Superreichen Schlecht wegkommen und so Natürlich nicht Sondern Das ist irgendwo selbstironisch Weil es geht hier halt um Hollywood-Divas Und zwar aus allen Departments Kate McKinnon spielt halt die Produzentin Also eine Ne Eine vom Studio Die dann halt eben dem Produzent Auch immer wieder die Ansagen macht Und Da ist halt der Running Gag Dass die sich immer per Video Melde Videotelefonie meldet Und im Hintergrund siehst du halt Dass die gerade wieder am krassesten Urlaubsort ist Aber jedes Mal ein anderer Das ist ja halt mal auf Safari Oder auf irgendeiner Insel Und im Hintergrund passiert irgendwie immer was Das ist irgendwie in Monaco Auf irgendeiner Yacht Und dann heißt es Oh scheiße Da ist Mel Gibson Und oh ja Wir haben gestern Nacht was getrieben Und so Und ich glaube Er hat das viel interpretiert Ich glaube Der glaubt Dass das ein bisschen mehr ist Und so Also es ist schon Wie gesagt An sehr vielen Stellen Echt witzig Für meinen Geschmack Okay Also ich muss Aus meiner Perspektive Ist das die erste positive Stimme Die ich höre Über diesen Film Aber Und das ist garantiert Nicht mein liebster Film von ihm Aber Gerade weil ich So viel weniger erwartet hab Nach dem ganzen Hass Den man damit bekommt Und im Vorfeld War ich wirklich positiv überrascht Das ist schon krass Was der produziert hat Alter Neben Anchorman Und den ganzen Wolfram Ja eben Also alleine dafür Lass ich halt auch nichts An ihn rankommen Alter Da können Step Brothers Da können die Millennials Hayden so viel sie wollen Walk Hard Und so Das ist alles Mörderlustig Ja so ein Megafilm Schon krass Also der hat Auf jeden Fall Richtig viele Von meinen Absoluten Lieblingscomedies Produziert Und Das ist vielleicht Auch das Was du Als anarcho Humor Bezeichnen würdest Weil ja wie gesagt Manchmal Hauen die hier halt Auch echt Auf die Kacke Ja aber deswegen Bist du da vielleicht Auch ein bisschen Voreingenommen Oder ein bisschen Parteiisch Weil wenn du Seine Regiearbeiten Wirklich trennst Von dem Dann sind das Nette Sachen Teilweise auch Gute Sachen So wie 40 year old virgin Aber da hat er noch Nicht ganz so viel Gerissen Wie jetzt Auf Produktionsebene Das stimmt Definitiv Aber man darf eben Auch nicht Vergessen Dass der auch Bei vielen Filmen Die er produziert hat Mitgeschrieben hat Das stimmt Oder zumindest die Idee Beigesteuert Und sowas Weißt du Also ich meine Guten Regisseur Oder Produzenten Macht ja auch aus Dass du eben Irgendwie Synergien Kreiierst Und guckst Dass du halt In den Bereichen Wo du glaubst Da können es andere Leute besser Dass du dann eben Auch solche Leute Besorgst Logisch Und wenn dann sowas Wie Ankerman Bei rauskommt Also wie willst du Dann gegen Judd Apatow Hayden Dann hat er schon Sein Legendenstatus Ja ich weiß Was du meinst Definitiv Ja ich hab halt Auch da wieder Das ist Das wirkt einfach Gerade wenn man sich Das auf Letterboxd Durchliest Das liest sich einfach Wieder so Wie dieses Scheiß Entitlement Mit der irgendwie Da eine ganze Generation unterwegs ist Die das Gefühl haben Wir haben jetzt Don't look Abgesehen Und jetzt Erlauben wir uns Ein Urteil Über sein ganzes Schaffen Aber eben Kennen dann wahrscheinlich 40 year old version nicht Und wenn die ihn kennen Dann finden ihn wahrscheinlich Nicht mal lustig Ja und dann haben sie Aber erst recht Nicht mitzureden Weil was soll das Dann ist das einfach Nicht deine Sorte Film Aber dann unterstell dem Doch nicht Dass er hier irgendwie Hollywood verändern will Und sonst was Also weißt du Warum Warum rücken die den Überhaupt in die Position Also das blicke ich Halt schon nicht Frage mich Wo dieser Hass herkommt Naja Also als hätte der Den irgendwas getan Aber ich glaube Schon auch jetzt Über die Jahre Das so ein bisschen Mitverfolgt zu haben Oder da rausgelesen zu haben Dass es eben schon Auch viel mit der Politischen Lage In den USA zu tun hat Und dass er sich Natürlich klar Auf die Liberal Seite stellt Und das wird eben Dann von vielen Auch eh scheiße gefunden Aus Prinzip Und dann ist es fast egal Was du machst Aber also gerade auch Dass der hierzulande So viel Hass abbekommt Verstehe ich halt nicht Naja Aber ich habe dann auch Tatsächlich während des Guckens mir hin und wieder Gedacht Vielleicht ist das auch Wieder lustiger Wenn man halt Ansatzweise einen Bezug Zu der Arbeit hat Und zu den Abläufen Die da eine Rolle spielen Weil du hast hier dann Eben auch wieder Dieses Szenario Dass die Das Set in drei Farbgruppen unterteilen Und auch da wieder Das kannte ich halt auch Zum Beispiel jetzt von Blood Red Sky Hast dann Der innerste Kreis ist rot Und dann gelb Und so Da verändern sich die Farben Und gemessen an der Farbe Hast du eben eine Frequenz In der du getestet wirst Und entsprechend können die Das eben eindämmen Wenn du halt im roten Bereich Einen positiven Fall hast Muss anders reagiert werden Als wenn es im gelben Oder im anderen Bereich ist Und so Verstehe Weil du halt dann Entsprechend isolieren kannst Und natürlich ist das hier Auch immer wieder Thema Dass es dann einen positiven Fall gibt Und dann entsprechend Reagiert werden muss Und ja Das ist wahrscheinlich lustiger Wenn man da auch schon mal mit zu tun hatte Oder wenn man da halt Irgendeinen Bezug zu hat Weiß ich nicht Mhm Aber Ich kann wie gesagt Nicht nachvollziehen Dass der so viel Hass Für diesen Film abkriegt Ja Also vor allem Hier tauchen so viele Leute auf Die man kennt und mag Allein das Auch Kelly Clarkson? Nee Wie kommst du jetzt auf Kelly Clarkson? Ja Ich hab auf die Shaving Szene In 30 Year Old Virgin angespielt Ach so Kannst du nicht mehr dann? Nee Boah klar Kelly Clarkson Vor allem Das Geile an der Szene ist ja Das war echt ne? Ehrlich ja? Also Er wurde geschäft Das war Der hat sich Die Brusthaare Da real In der Szene Entfernen lassen Steve Carell Der Mathed Actor Ja und die absolute Härte Die Schauspielerin Das ist wieder mal Der klassische Fall Von Du schreibst in deine Vita Einfach bei allem so Ja klar kann ich das Die haben natürlich Eine Schauspielerin gesucht Die ansatzweise Erfahrung mit Waxing hat Und die hat es nicht Die hatte überhaupt nichts In die Richtung Die hat aber halt gesagt Dass sie es kann Stell das Ich dann am Set raus Hat sie nicht Super So das heißt Diese Schmerzen Die er da erfährt Die sind halt auch real Weil die halt einfach Weil die nicht weiß Was sie macht Da mitunter so rumgezupft hat Dass das halt mit Mörderschmerzen verbunden war Und deswegen sind halt Alle diese Fluchimprovisationen So das ist halt sehr echt alles Der arme Kerl Okay Ja weil der blutet ja auch An einer gewissen Stelle Auf jeden Fall Hätten man sich denken Weil die Szene sieht schon Wirklich schmerzhaft Und echt aus Ja aber echt Das ist so lustig Ja Ach großartig Den muss ich auch mal wieder gucken Ja den hatten wir auch noch nie Ja Und das ist toll Ich glaube es ist auch einer Der ersten Filme Oder sogar der erste Film Wo ich Seth Rogen gesehen habe Also ich habe beim ersten Mal Hier Knocked Up Habe ich davor gesehen Du hast Knocked Up Vor The Old Version Ich habe Knocked Up Vor The Old Version Ich habe den ein bisschen später gesehen Auftragsfilm Auftragsfilm Ja unbedingt So jetzt die Zahlen Zu The Bubble Die sind nämlich Dunkelrot Kann ich mir vorstellen Auf IMDb Eine 4,7 Metascore ist bei 34 Auf Rotten Tomatoes Von der Kritik 3,9 Das sind gerade mal 21% Empfehlungen Vom Publikum 2,3 Das sind immerhin 30% Empfehlungen Und Letterboxd Ist mit ganzen 1,9 Am Start Dünn So und jetzt geht's Ja 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 Gar nicht mal so leicht Dann Also du hast aber mitbekommen Dass ich gesagt habe Das ist für mich nicht Sein bester Film Auf gar keinen Fall Aber eben Gemessen an dem ganzen Hass Den ich habe mitbekommen War ich positiv überrascht Und ich hatte hier meinen Spaß Ja ja Das habe ich mitbekommen Gut Und beziehe das ein In meiner Wertung Und tippe auf eine 6,5 7,5 Ach doch Eine 7,5 Ja Okay Jetzt hast du mich wieder runtergeholt Von meiner 7 Oh nein Mit dem Schlussplädoyer Weil ich dachte Gut 7 ist vielleicht dann doch so So wie du eingeladen hast Du hast mitbekommen Dass das nicht jetzt Hier einer der besten Ja aber er ist ja wirklich lustig Ach doch 7,5 Okay krass Ich habe sogar noch überlegt Ob ich hier eine 8 vergebe Wow okay Aber natürlich Also wie gesagt Er ist an manchen Stellen Natürlich cheesy Aber schon halt auch bewusst cheesy Und ich wirklich Ich verstehe es nicht Warum die den alle so hassen Das wäre jetzt Bei so einer Letterbox Bewertung Wäre das bei dir dann Eine 3,5 oder eine 4 3,5 wahrscheinlich 3,5 Ja Und damit bin ich wahrscheinlich Ziemlich alleine Damit bist du In der Bubble Die ich hier vor mir habe Bist du Alleine ja Wie viele haben den gelockt von uns Also aus unserem Umfeld Also mit denen Den ich folge Bestimmt 20, 25 Leute Oh okay Manu ist noch recht versöhnlich Hier mit 3 Sternen Siehste Der ist dein Bruder im Geiste Aber hier Erik 1 Stern Tom 1,5 Ja gut Ja gut Tom Naja wir wissen ja Mit Toms Meinung Ist das so eine Sache Ja Wenn RR 5 Sterne gibst Und dann diesen Film hier Ist nicht anzunehmen Ne Das ist dann einfach Ein anderer Maßstab Du kannst doch jetzt nicht Machst aber auch gerne Das verallgemeinern Nur weil die jetzt Indische Filme mögen So ist jetzt grundsätzlich Jede Meinung von denen Ist jetzt hinfällig Brauchen die gar nicht kommen So kann man nicht ernst nehmen Egal was die schreiben Da ging es jetzt explizit um Tom Und du weißt ja Dass mir Tom auch schon Den einen oder anderen Film Empfohlen hat Wo ich dann hinterher auch dachte So was war das denn Ja ja klar Tom ist schon manchmal Sehr eigen mit seiner Mit seiner Meinung Der ist auch manchmal Bei Bewertungen Wo ich denke Was hast du da gegeben Ja aber sind wir Sind wir alle 1,5 Stern oder so Achso Der war zum Beispiel Einer von denen Die den richtig abgestraft haben Okay Ja gut Jem das seine Ja gut Habe ich jetzt punktemäßig Ein bisschen verkackt Na gut Ja noch ist alles drin Jetzt kommst ja du Erstmal wieder Ja jetzt Muss man den Karren mal aus dem Dreck holen Bin gespannt wie du das anstellst Aber Wird schwierig Gucken wir mal Naja Der Ansatz ist ja schon mal gut Der Ansatz ist gut So auf jeden Fall komme ich jetzt Mit aktuellem Zeug Nehme ich aus dem Jahr 2023 Ganz frisches Material Und Es geht noch besser Ein Film aus deutschen Landen Oha Ja Und das ist glaube ich Meine Rekordwoche Weil wir gehen morgen ins Kino Und gucken einen deutschen Film Ich habe im Westen nichts Neues Am Freitag gesehen Das heißt von einer Woche Habe ich drei deutsche Filme gesehen Dann nach dieser Woche Das Rekord Das glaube ich Absoluter Rekord bei mir Weil ich bin kein Fan Vom deutschen Kino Wie ich hier schon das ein oder andere Mal Betont habe Okay Aber jetzt weiß ich natürlich schon Welcher kommt Jetzt weißt du wer kommt Weil du hast mir den auch noch empfohlen Hast gesagt Ja Du hast auch gehört Dass der gut sein soll Und ich habe mir jetzt im Kino angeguckt Wann wird es endlich wieder so Wie es nie war Aus dem Jahr 2023 Regisseurin und Drehbuchautorin des Films War eine junge Name Die heißt Sonja Heiß Von der sind zwei Filme Die ich gefunden habe in der Vita Hotel Very Welcome Heißt der eine Der andere heißt Heidi Schneider Steckt fest Heidi Schneider Heidi Schneider Ich kenne beide nicht Also Bin aber auch nicht so fit In der Landschaft Also sind das Filme Die so ein bisschen für Aussie gesorgt haben Ich meine es war Heidi Aber ja Also der Film jedenfalls Letzterer Das meine ich war ihr Durchbruch Weil ich Der war Zumindest habe ich da Sehr viel mitbekommen damals Ich meine es war so ein Festival Erfolg War ein Festival Erfolg Mit Sonja Heiß mitgeschrieben Am Drehbuch Hat noch Lars Hubrich Das ist der Drehbuchautor von Chick Ach ja Oder Rivale hat er zum Beispiel auch geschrieben Das ist auch ein Film Den man kennen könnte Und das Ganze basierte auf einem Buch Das recht autobiografisch ist Von Joachim Meierhoff Und der Film fängt in den 70ern an Da geht es los Irgendwo 73, 74 Und Richard Meierhoff Wie er hier genannt wird Ist der Direktor Einer psychiatrischen Anstalt In Schleswig-Holstein irgendwo Der wiederum gespielt Von David Striso Damals wieder Den hatte ich ja Freitag im Westen Nichts Neues Als General Der recht fragwürdige Und sehr ambitionierte Ansagen macht Und Ja Da so ein paar Fragwürdige Entscheidungen Dann trifft Bei Westen Nichts Neues Im Laufe des Films Hat doch einen sehr markanten Schneuzer Und der spielt hier diesen Direktor dieser psychiatrischen Anstalt Und dazu muss man sagen Die Familie von ihm Seine Frau Spielt von Laura Tonke Spielt Iris Ach die ist hier auch wieder dabei Die ist dabei Die hast du an Slowbon gesehen Und so ein paar Bist ja auch Sehr groß Hab die auch schon angespielt Die war aber auch bei Hedy Schneider Steckt fest Ja genau Da spielt die auch mit Einer hab ich so vom Typ So ein bisschen an Martina Gedeck finde ich Irgendwie so Wenn man jetzt mal Ich jetzt mal als Laie So also ich Hab erstmal überlegt Ob die das ist Und dann dachte ich so Okay ist so ein bisschen der Typ Aber ist sie nicht Die spielt die Iris Und Iris und ihr Mann Richard Und drei Söhne Patrick, Philipp Und der Jüngste Joachim Die wohnen auf dem Gelände Dieser psychiatrischen Anstalt Und das ist quasi So ein Coming of Age Ding Weil der Letztere Steht halt im Zentrum Der Jüngste von denen Und Die leben alle In der Umgebung Dieser psychiatrischen Anlage Die lernen praktisch Die Patienten Diese Anlage kennen Die frühstücken teilweise Gemeinsam mit dem Und freuen sich so ein bisschen Mit denen an Das heißt Die ganze Familie Die ganze Familie Das ist nicht so Separat von wegen Hier ist jetzt meine Arbeit Und hier ist jetzt das Haus Sondern die wohnen halt Irgendwie zwei Häuser weiter Von dieser psychiatrischen Klinik Und kennen auch alle Insassen da drin Und sitzen wie gesagt Zusammen am Frühstückstisch Oder packen zusammen Weihnachtsgeschenke aus Das ist ein abgefahrenes Konzept Ja Das heißt die kleinen Kinder Sind auch diesen psychisch Kranken Menschen ausgesetzt Die ganze Zeit Richtig Und spielt das Im Heute Nee nee Wie gesagt Gegen den 70ern los Ach stimmt 70er hast du gesagt Gegen den 70ern los Also so ein bisschen so Damalige Klamotten Damalige Musik Und so Also so vom Setting Und dann lernen wir auch So die Leute kennen Also die Ansässigen In dieser In dieser psychiatrischen Anstalt Nämlich dieser Besagte Jüngste Sohn von denen Der Begegnet dann auch einem Typen Der sich einfach nur Glockenmann nennt Weil das ist so ein Hühne Der halt durch die Gegend läuft Und immer so mit Glocken läutet So die er in der Hand hält Und Der wird so ein bisschen Die Vertrauensperson Von dem Kleinen Jetzt hab ich die Rolle vergessen Alter Muss ich mal Muss ich mal googeln Bevor ich so rumdrucke So wie der heißt Alter So Der Hauptdarsteller Und der Charakter Den er spielt Heißt Joachim Genau Und Joachim freundet sich Hat mit diesem Hühnen So ein bisschen an Vertraut sich ihm an Obwohl er natürlich Nichts erwidert Weil er halt Ein recht einfacher Typ ist Und da sind da Da ist so ein Typ Der sich zum Beispiel Von Superhelden hält Und haut sich dann immer So selbst gebastelte Irgendwie Superheldenkostüme Dran und so Aber es sind so ein paar Charaktere Die du dann im Laufe Im Laufe des Films Dann auch mitbekommst Wie die sind Und wie die ticken Und so Und da sind schon Ein paar lustige Momente dabei Dazu muss man sagen Dass der kleine Joachim Selbst ein schwieriger Fall ist Weil der leidet So ein bisschen An Tobsuchtsanfällen Das heißt Wenn seine Brüder Ihn zu sehr trietzen Und wenn ihr Eine bestimmte Grenze Überschreiten Oder wenn irgendwas passiert Was ihm nicht passt Weil er gerade nicht Die Aufmerksamkeit Von der Mutter Iris Kriegt Die er gerne hätte Jetzt in diesem Moment Dann fängt er auch Immer an zu schreien Und zu toben Und rollt sich Auf dem Boden rum Oder lässt sich fallen Und rastet dann völlig aus Okay Das was ihn so ein bisschen Runterholt Was ihn so ein bisschen Beruhigt ist Dass man ihn auf die Wackelige Waschmaschine setzt Während die in Betrieb ist Und dieses Wackeln Von der Waschmaschine Nach links und rechts Holt ihn dann wieder So ein bisschen runter Dann kann man wieder Mit dem umgehen Also du siehst öfter mal Szenen Werner ausrastet Schnitt Und dann siehst du Die Mutter halt Mit der Zigarette Neben dieser Waschmaschine Stehen Während der Sohn Auf der Waschmaschine Setzt und sich da beruhigt Okay Schon auch ganz lustig Und eine neue Patientin Wird irgendwann eingeliefert Die Marlene Marlene ist depressiv Ernährt sich den ganzen Tag Nur von Bifi Das ist das einzige Was sie isst Und der kleine Joachim Verguckt sich so ein bisschen In sie Das ist so Seine erste Liebe Obwohl sie ein großer Problemfall ist Und auch später mal Zugibt, dass sie sich Mal versucht hat umzubringen Was dann Fehlgeschlagen ist Und so Und dann haben wir Einen Zeitsprung In die 80er Also 10 Jahre 10 Jahre später Und Je weiter dieser Film Fortschreitet Also am Ende sind wir Haben wir circa Eine Zeitspanne von Circa 30 Jahren Hier In diesem Film Halt irgendwie Abgeleuchtet Das ist so eine Familienchronik Die über diese 30 Jahre Gezeigt wird Von dieser Familie Während die Und dieser psychiatrischen Anstalt Wo halt der Mann Durchgängig arbeitet Und jetzt David Striso und Laura Tonke Spielen aber Über die 30 Jahre Die Eltern Die spielen durchgängig Die Eltern Wobei man sagen muss Dass Laura Tonke Sich nicht groß verändert Fand ich ein bisschen komisch Also bei David Striso Wird so ein bisschen Die Maske verändert Und so Und der wird schon Auf alt getrimmt Laura Tonke wiederum Sieht eigentlich Genauso aus Wie sie 30 Jahre Zuvor ausgesehen hat Also wenig verändert Fand ich ein bisschen seltsam Ja ist weird Aber was die Tonalität Des Films angeht Die wird etwas ernster So diese kindliche Unbeschwertheit Vom Anfang Die schwindet Weil ganz am Anfang Siehst du zum Beispiel Den kleinen Jungen Wie er durch die Gegend läuft Und er guckt Über so eine Hecke Auf dem Weg Zur psychiatrischen Anstalt Und da liegt halt ein Toter Hinter dieser Hecke Also hat irgendwie Den Rasen gemäht Und so hin und her Und liegt dann Und hat einen Herzenfall gekriegt Irgend so ein Rentner Und für den ist das aber Ganz normal Weil der in dieser psychiatrischen Anstalt Groß geworden ist Und er sieht halt Elend Und er weiß halt wie Leute Auch sind so Die ja nicht so gut ticken Und da kommt er zum Direktor Und sagt so Ja ich hab hier einen toten Mann gefunden Und der Direktor Bist du sicher Also ich rufe jetzt die Polizei Und so Und die so ja Und dann bei den Eltern auch So erzählt er halt so Ja dass da dann Dass der Herr so und so Da gestorben ist und so weiter Und der lag tot Hinter der Hecke Aber nicht so dass es ihn traumatisiert hat Sondern für ihn ist das So ein ganz normales Ding Da weißt du okay Der ist halt in dieser Psychiatrischen Anstalt groß geworden Und für ihn ist das nichts Besonderes So weißt Dass da ein Toter liegt Und das ist alles so ein bisschen lustig Und ein bisschen witzig Und hat eine recht leichte Tonalität Und dann im Laufe der Zeit springe Aber je weiter wir voranschreiten Desto ernster wird das Ganze Und dann Knacken auch so ein bisschen Dann knacken Dann haben wir so ein paar Risse In der Fassade Von dieser glücklichen Happy Familie Und dann wird so ein bisschen Hinter die Kulissen geblickt Und wird halt gezeigt Dass vielleicht die Eltern Auch nicht so glücklich sind Wie sie eigentlich erstmal scheinen Und so eine Sachen Und da wird es ein bisschen tiefer Und ein bisschen ernster Okay Und das ist praktisch Diese Familienchronik Die beleuchtet wird Und wann wird es endlich wieder so Wie es nie war Und ich fand den gut Also womit mich dieser Film gekriegt hat So ähnlich wie bei Cockneys vs. Zombies Wenn die Musik halt gut ist in dem Film Und du hast viele Szenen Die halt musikalisch untermalt sind Von Musik Die halt in diesem jeweiligen Jahrzehnt Groß war Dann sind das immer Momente Die bei mir hängen bleiben Und die hast du ja auch Also du hast Musik von Grauzone hier Dieses Eisbär Was man im Trailer auch so gesehen hat Oder was Musik von T-Rex Und von OMD Dieses Felicital läuft Dann einer Szene Wo die Mutter zu dieser Platte tanzt Und so ist auch eine super Szene gewesen Und das gefällt mir natürlich auch Also da bin ich dann immer Sehr angetan Wenn das gut inszeniert ist Und wenn du irgendwie diese Musik Zu irgendwelchen Montagen hast In dem Film Das kriegt mich halt irgendwie immer Da bin ich immer Ziemlicher Sacker für Und das mal wieder Ein guter deutscher Vertreter Also der mir Der mir echt gefallen hat Und Er ist melancholisch Er ist witzig Man könnte auch meinen Er kann sich nicht so richtig entscheiden Welche Richtung er geht Ob das jetzt ein Drama sein soll Oder eine Comedy Aber ich finde Der hat so ein bisschen beides Und das mit Also die Balance funktioniert Für mich hat die funktioniert Ja Okay Hast du irgendwas auszusetzen? Nö Also Wie gefällt dir das visuell? Ja Ist recht nüchtern gehalten Also es hat so ein bisschen Dieses nüchterne 70er Jahre Look Szenario So ein bisschen dieses Körnige Von damals und so Weißt du Weil man jetzt nicht versucht hat Den jetzt komplett irgendwie Auf modern aufzumotzen Das was ich ja bei dem Westen Nichts Neues auszusetzen hatte Sondern Der hat auch den Feel Von den 70er Jahren Oder den 80er Jahren Wenn die dann dann rüber gehen Und das finde ich ganz gut Dass man Das gut eingefangen hat Und ich versuche jetzt irgendwie Mit moderner Musik Oder so das so zu untermalen Dass es so wieder Konterkarikiert wird Also passt schon alles Ist jetzt wieder so ein Film Wo ich wahrscheinlich Dieses Fühnen deutschen Film Hinzupacken würde Weil Klar Dialoge Und so teilweise Hast du wieder so Momente Wo es für mich vorgelesen wirkt Oder wo ich sagen würde Ist das jetzt ein 14-Jähriger Würde der so einen Satz sagen Oder weißt du Oder Klingt nicht organisch Oder so ein 7-Jähriger Weil du auch eben halt So in verschiedenen Alterstufen siehst Aber Insgesamt kann man das Kann man das tolerieren Okay Ja außer die Maske von Laura Tonke Fand ich auch komisch Hätte man schon ein bisschen Auf alt drin können Ja das Klingt echt komisch Wenn die über 30 Jahre Gleich Charaktere spielen Aber sonst Funktioniert das Okay Ja Wie lange geht der hast du gesagt Der geht eine Stunde 56 Also Um die 2 Stunden rum Braucht ihr Okay Und bin überrascht Wie wenig Leute Wie viel Also wie wenig Leute Diesen Film gesehen haben Der hat jetzt bei Letterboxd Hat der 595 Logs gerade war Okay Läuft ja aktuell im Kino Ich meine in meiner Bubble Ich folge jetzt 100 Leuten glaube ich bei Letterboxd Den hat tatsächlich nur Schreck gesehen Ist der einzige der diesen Film gesehen hat Aus meiner ganzen Bubble Wow In meinem Umfeld haben den einige gesehen In deinem Umfeld wieder einige Ja klar Ja Da sehen wir mal unsere Unsere Unterschiede Also jetzt nicht auf Letterboxd Aber deine Schauspielkumpels Und so Und die Kollegen Ja Habe ich mir gedacht Weil die sich natürlich überzeugen wollen Was die Schauspiel-Elite Deutschlands Da so rausbringt Ich meine David Striso ist ja schon Recht groß Ja 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 Du durftest ihn wahrscheinlich Also den Ich gucke mal gerade Wie er gespielt hat Ja Den Warte mal Warte mal Wie hieß er Also als er dann irgendwie Erwachsen war Ja ich habe gerade gesehen Merlin Rose Merlin Rose genau spielt Dann dachte ich mir schon Okay ist einer von diesen Jungen Schauspielern Die Lee wahrscheinlich was sagt Ja ja Den kenne ich Habe ich mir gedacht Gerade gesehen sind ein paar Jungstars dabei Luisa Céline Gafran Die mag ich auch sehr Die ist toll Ah okay Spielt hier wohl nur Eine Kellnerin Laut Rollenname Ja dann weiß ich sogar Welche Szene das war Richtig Aber die hat schon Geile Sachen gespielt Und die ist auch wirklich gut Ja tatsächlich nur In einer Szene zu sehen Krass Und Das Mädchen Die die Marlene spielt Ach das war ein Bestseller Okay Das Buch Die Vorlage Pola Geiger Spielt sie halt Mit 14 Jahren Aber Wie hieß die denn Die so ein bisschen Als sie ein bisschen älter war Gibt sie dann auch noch älter Ja Ja die gibt es dann noch Ein bisschen älter Die kommt dann Mit dieser Depression Nochmal in die Klinik Aber wir lernen die auch schon kennen Als sie noch ganz klein war Mhm Die Marlene Okay Marlenes Vater Wo steht die denn Das ist ja unglaublich Ich finde es nicht Ist die nicht gelistet Oder was Bei IMDb Die ist nicht gelistet Oder ist sie die Patientin Ne Ja das ist halt Manchmal Das ist halt so eine Sache Weil die Produktionen Die IMDb Einträge machen Ja hier ist eine Patientin Relativ hoch in den Credits Und Marlene halt mit den 14 Jahren drunter Und diese Also Ein paar Jahre später Wo sie halt zum Teenager Alter ist Das ist halt eine wesentlich größere Größere Part Den sie einnimmt Aber Weiß ich nicht Wird nicht gezeigt Okay Ich guck gerade mal Auf Crew United Weil da ist manchmal Bei deutschen Produktionen Noch ein bisschen mehr Aber da ist Marlene Auch nur Polar Geiger Okay Sehr strange Naja gut Weiß ich auch nicht Oder Polar Geiger Spielt sich halt als Teenagerin Und Das ist aber alt Als 14 Jahre Definitiv Und das kleine Mädchen Was kurz in einer Szene zu sehen war Als kleine Marlene Vielleicht Ist die dann weiter unten Egal Ich würde mal zu den Punkten überleiten Wie gesagt Nicht viele Loks Also Ist jetzt nicht so der Mega-Hit Anscheinend in den Kinos Wird wahrscheinlich nicht Der große Erfolg werden Aber Von mir durchaus eine Empfehlung Wie hat er denn Bei Schrock abgeschnitten? Da hat er glaube ich Dreieinhalb gekriegt Ja Stand bei Dreieinhalb Okay IMDb Passt auch gut dazu Ist bei einer 7,0 Und dann gibt es eine Weile Erstmal gar nichts Es gibt keinen Metascore Es gibt keine Rotten Tomatoes Bewertung Weil zu wenig Kritiken Und zu wenig gesehen Und dann gibt es eine Letterboxd Bewertung Von einer 3,4 Durchschnitt Okay Ich sag Du bist bei Siebeneinhalb Ja Das ist richtig Terrific That's correct Alright Mensch Ein deutscher Film Der dir gefallen hat Sie häufen sich Ja schon zwei hintereinander Was ist da los Wenn ich morgen noch Erfreut aus dem Kino komme Dann haben wir das Triple Fall Und das Passiert alle Jubeljahre mal Ja Ja geil Siehst du Man muss nur die richtigen Filme gucken Wahrscheinlich Ja wird ja langsam Aber du hast mir auch gesagt Ich hab dir gesagt Dass mir der empfohlen worden ist Und dass jemand Mir ins Kino gehen will Und da hast du gesagt Hast du Gutes gehört Von dem Film Und dann war ich da Noch motivierter Rein zu gehen Ich hab gesagt Okay komm Ich komm mit Und ging klar Sehr schön Nice Alright So jetzt aber Nichts aus deutschen Landen Ne Unser gemeinsamer Film Unser gemeinsamer Film Grüße an unseren Kumpel Timo Weltenschreiner Natürlich Wen sonst bei diesem Film Fantasy Timo Ja natürlich Ähnliche Stoffe Immer etwas aus dieser Region Ob animiert oder nicht animiert Und diesmal gab es Fire and Ice Aus dem Jahr 1983 Das Skispektakel mit Willy Bogner Endlich haben wir ihn gesehen Ja genau Nein nein Es geht natürlich um den Ralf-Bagschi-Film Den animierten Fire and Ice Der auf Deutsch Auch endlich mal Feuer und Eis heißt Ja endlich mal Endlich mal gut übersetzt Und für diejenigen Die nicht wissen Wer Ralf-Bagschi ist Der ist unter anderem Auch der Macher Von Fritz the Cat Und von Dem Herr der Ringe Animationsfilm In den 70ern gewesen Und Herr der Ringe Hab ich ja nie gesehen Den animierten Film Den kenn ich auch nicht Den kennst du auch nicht Aber von Fritz the Cat Bin ich natürlich ein großer Fan Den kennen wir Und ich wollte Cool World Ja mal mal sehen Ah ok Den hab ich auch nie gesehen Schauen wir mal Vielleicht kommt der ja Früher oder später Ja Und dazu muss man sagen Das war unser Oscar-Warm-Up-Film Den haben wir uns hier zu dritt Mit Classic Dave Und Lee und ich Hier auf der Couch Vor den Oscars Haben wir gesagt Komm gucken wir uns Unser Auftragsfilm Und dann kommen wir mal Gemeinsam an Und haben uns den mal Reingefahren hier Mit Zu Nachos und Sushi Ja Ja war doch lustig Das war lustig Ja und der genießt ja In einigen Kreisen Tatsächlich so Kultstatus Also unser Kumpel Kalle Der uns auch supportet Ist ja dazugekommen Und hat mit dem Gedanken Gespielt den Den Lust aufzuwerfen Da hab ich ihm gesagt Hat sich dann Für den anderen entschieden Weil er den gesehen hat Und dann seine Meinung So ein bisschen revidiert hat Hat gesagt Ok ist nicht mal so gut Wie er den in Erinnerung hatte Und da hab ich ihm auch gleich gesagt Der ist sowieso Auftragsfilm Für nächsten Monat Also insofern Da schlägst du quasi Zwei Fliegen mit einer Klappe Weil uns Timo den reingeschmissen hat Als Auftragsfilm Ja Also ist schon bei ein paar Leuten Die so 80er Kinder sind Und die da groß geworden sind Und den aus Videotheken kennen Oder damals irgendwo im Fernsehen gesehen haben Ist das ein Ist das schon teilweise ein Film Der Eindruck geterlassen hat Du hast den jetzt aber auch Zum ersten Mal gesehen Für mich war das auch Eine Erstsichtung Richtig Ich kannte den auch nicht Insofern hab ich jetzt nicht Diese Nostalgiebrille auf Wie manche anderen Leute Ja eben Für mich auch eine Erstsichtung Dementsprechend spektakulär war das Absolut Dazu muss man sagen Ich weiß nicht Ob du das Artwork Und die Sachen kennst Die Dieser Künstler Frank Franzetter Zum Beispiel auch rausgebracht hat Damals Das waren ja diese Poster Mit diesen kurvigen Mädchen Vor irgendwelchen Wikinger Kulissen Oder irgendwelche Fantasy Bilder Metal halt Genau Oder halt so T-Shirts Die auf dem französischen Volksfest zu kaufen gibt Oder dann das Motiv hast Naja Und der Film Hat sich halt an seiner Kunst orientiert Und er produzierte ja auch Feiern da ist Insofern hat man da So ein bisschen Ja ist auch als Autor gelistet Ja ist auch als Autor gelistet Also da sind so ein bisschen Die Ursprünge Also alle die sich Die das Artwork Von Frank Franzetter kennen Die wissen ungefähr In welche Richtung Das animationsmäßig geht Ich glaube Dave hat auch rausgefunden Dass das der Typ ist Der früher die Spider-Man Diese Spider-Man Serie Die animierte ja irgendwie Rausgebracht hat im Fernsehen Und wenn man noch den Look Im Hinterkopf hat Dann kann man das schon zuordnen Dann kann man schon sagen Okay Geht schon in die Richtung Auf jeden Fall Ja ja auf jeden Fall Haben wir schon mal irgendwo gesehen Uns hat es ja auch sofort An He-Man erinnert Ja stimmt Bisschen He-Man Und ich finde wenn man sieht Wer hier noch mitgeschrieben hat Am Drehbuch Dann verwundert es auch nicht groß Weil Roy Thomas Der halt Conan Unter anderem Geschrieben hat Und dann irgendwie Sehr viel für Marvel gemacht hat Der hat das eben mitgeschrieben Und ich finde Gerade so Sowas wie Conan Das kommt dann doch Ziemlich durch hier Nicht nur gemessen An den Outfits Der Figuren Passt schon alles ins Bild Ja Bin ich voll bei dir Ja Ja fein Eis Willst du erzählen Was dir geht Mach du doch Als alter Als alter Stringtonger Fan Kannst du ja mal die Story Jetzt sagen Ja genau Okay Also wir befinden uns Natürlich in einer fiktiven Welt Und es gibt einen Total düsteren Größenwahnsinnigen Lord Necron Der ist hier so Der Eiskönig Und Der hat immer wieder mal So kleinere Ausraster Was zur Folge hat Dass sich irgendwelche Gletscher Aus dem Boden bilden Und hochkommen Und alles kaputt machen Kleiner Ausraster Ist geil Ja der sitzt da auf seinem Thron Und ist halt irgendwie am Trippen Und dann Ja Wachsen Gletscher aus dem Boden Und machen irgendwelche Gegner platt Allen voran halt Dieses Volk aus dem vulkanischen Reich Angeführt von König Jarol Und Ja weil der Necron da so durchdreht Müssen natürlich Sämtliche Menschen Aus dem Umfeld fliehen Und suchen dann eben Schutz Bei König Jarol Und so rückt dieser Krieg Immer näher Weil Necron halt auch Wenig Bock hat Damit aufzuhören Und dann geht's drum Also er schickt dann So ein paar Boten los Richtung Jarol Und Die unterbreiten ihm das Angebot Dass es sich ja ergeben kann Dann ist alles cool Er sagt aber natürlich Ist ein beschissenes Angebot Dann gehen die Jungs wieder Und dann schickt der König Irgendwann seinen Sohn Hinterher Um halt so ein Gegenangebot Für Necron Zu unterbreiten Und parallel dazu Wird die Tochter Von Jarol Entführt Tigra Und Da steht dann Eine Figur im Fokus Nämlich einer So ein Krieger Der auch fliehen musste Weil da eben alles Platt gemacht wurde Von Necron Da ist er Unser He-Man Unser He-Man Wie heißt der Herr Larn Okay Und der macht sich dann Der muss sich dann Natürlich auf die Suche machen Weil sich Seine Wege Und die von Tigra Kreuzen Und die dann aber Schon wieder verschleppt wird Und dann versucht er halt Die Lady zu retten Und parallel natürlich Irgendwie Necron Aufzuhalten Das ist im Großen und Ganzen Die Handlung Es geht darum Die Pläne von Necron Zu vereiteln Ja Das eine oder andere Mal Muss die junge Dame Auch wieder Befreit werden Oder befreit sich selbst Ja Die wird glaube ich Gefühlt einmal Hast du glaube ich Festgestellt Dass die gefühlte mal 70 mal Wieder gefangen genommen wird Ja das ist wirklich krass Das ist ein ständiges Geschnappt werden Und wieder freikommen Ja Ja und das Ganze Mit recht wenig an Und ich glaube Was Recht interessant ist An dem Film Das haben wir dann auch Im Abspann gesehen Dass das halt wirklich Erst mit Schauspielern gedreht wurde Beziehungsweise mit Schauspielern Und Stuntleuten Mhm Und dann Rotoskopiert wurde Ja Das erklärt natürlich Einige Bewegungen Die Wo wir auch gesehen haben Okay das wirkte krass Wie aus so einem Realfilm Mhm Aber weil das in diesen Rotoskopie Animationsverfahren gemacht worden ist Ja Ich finde aber Sah nicht alles geil aus Was Was Animation angeht Also Besonders die Mimik Also die haben ja die Mimik Dann auch so überzeichnet Und da waren schon teilweise So Momente wo ich denke Okay das ist ein bisschen sehr Mhm Die verziehen schon die Gesichter Ein bisschen sehr grotesk Ja ja Also das ist definitiv Noch kein Motion Capturing hier Mhm Aber hat eben irgendwie Einen eigenen Look Ja Und das ist eben Hier mit Monstern Bösen Königen Und sehr viel Nackter Haut Inszeniert Ja recht generisch alles Also hat man schon mal Alles irgendwo gesehen Aber man packt natürlich Alles rein was irgendwie geht Von Seeungeheuern Bis Luftungheuer Und Ja Böse Stämme Und einen Zwielichtigen Barbaren Der hier noch mit reinspielt Ja Und natürlich eine Menge Von den Anfangs von dir Angesprochenen Subhumans Ja Die sehr lustig Synchronisiert sind alle Das stimmt ja Ja wirklich So ungefähr Grunzen einfach immer nur Und Sprechen nicht wirklich Sondern Lallen da halt eher Durch die Gegend Ja das stimmt Die geben komische Geräusche Von sich die Die man nicht wirklich Definieren kann Ja Hier sowas Und das heißt dann Hallo Ich bin gekommen um Einen Tee mit dir zu trinken Ja genau Übersetzt Ja großartig Wie fandst du das Naja das war so In der Gruppe halt Ganz ganz lustig Aber inhaltlich Natürlich schon Wie schon gesagt hast Wahnsinnig generisch Irgendwann natürlich auch Wahnsinnig redundant Weil eben immer wieder Geschnappt werden Freikommen und wieder Und dann lässt sich's Aus einer heutigen Sichtweise Finde ich halt auch nicht verhindern Dass man dieses ganze Male Gaze Ding natürlich überall erkennt Also die Tigra ist ja gefühlt Existiert die nur Um halt möglichst Nackt dazustehen Und sich in irgendwelchen Posen zu regeln Ist auch geil Ich hab mir ja so Making of angeguckt Und das Vorbild für sie halt Also Während die dieses Rotoskopie Animationsverfahren da Angewandt haben Die sieht halt total Also die ist halt bei weit Nicht so kurvig Wie in der Ne ich hab auch Zeichnet Lydia Lydia Chalk Oder wie hieß sie Ja irgendwie sowas Die die Schauspielerin Die sie gespielt hat Ja genau Recht schlank Und Die kommt mit Ja relativ wenig Kurven Daher Im direkten Vergleich Genau Da haben sie aber Ein bisschen aufgepumpt Die Dame dann Aber trotzdem Dann das Outfit Also das fand ich halt So lustig Ja Auf jeden Fall Ja das ist schon Alles recht witzig Wenn man denkt Dass die hier eben In irgendwie so einer Eiszeit unterwegs sind Und sie ist aber halt Wirklich in einem Bikini Der vielleicht nach heutigen brasilianischen Standards okay ist Aber Ansonsten halt auch Wirklich nur das Absolut nötigste bedeckt Hat auch Hat auch gerade mal Zehn Minuten gedauert Wann Als die Subhumans Dann ihr irgendwie So an ihr rumzerren Sodass der größte Teil ihrer Klamotten Dann so abgerissen wird Und sie dann nur noch Diesen Bikini trägt Ja genau Am Anfang hat sie Noch ansatzweise Was angehabt Zumindest oben rum Ja da habe ich mich schon Da habe ich mich schon Gewundert so Warum dann noch So viel Stoff ist Aber es ändert sich Dann auf jeden Fall Nach 10 Minuten Ja Das hat dann wieder So ein bisschen Als Muster gepasst Ja ja Das ist also schon alles Eben wie gesagt Aus heutiger Sicht Muss man da glaube ich Schon ein paar Augen Zudrücken Ja Aber können wir ja gut Ja ist glaube ich Auch nicht ganz so Schlimm gealtert So was den Sexismus angeht Wie bei Heavy Metal Also der geht noch Hier hast du wenigstens Keine nackten Brüste Und irgendwie Ständig irgendwelche Barbusigen Mädchen Sondern hier Bezieht sich das auch Wirklich auf die Das knappe Outfit Gerade so die Figurenzeichnung Jetzt von Tigra Ist ja schon Ja Sehr mittel zum Zweck Ja ja das auf jeden Fall Und auch da Die Dämpsel in Distress Ja eben Aber auch da Die Brüche Die sie so Ihre Figur Einfach so mitbringt Die In was für Situationen Wie schnell das zum Teil geht Gerade noch irgendwie Todesangst Weil irgendwelche Subhumans Sie verfolgt haben So und dann kommt aber Unser Held an Und dann switcht sie In einem Bruchteil Von einer Sekunde Auf Hihihi Jetzt Ja krieg mich doch Und dann macht sie ihn ganz neckisch an Ja Denk alter Was zur Hölle Ist da passiert Ja gut Das sind eben Sachen Da muss man halt Drüber hinwegsehen Ja Und deswegen Ich finde Also für so eine Erstsichtung Ich konnte damit leben Fand den jetzt nicht Mörder scheiße Aber gut fand ich den auch nicht Ja Also ich kann verstehen Dass dieser Film So ein Stein im Brett hat Bei Leuten Die den damals gesehen haben Und die den aus ihrer Kindheit kennen So mit dem Nostalgiefaktor Wäre hier mehr drin gewesen Aber so als Erstsichtung 40 Jahre später Ja wie du sagst Hier so zu dritt War das schon putzig Und war schon War schon ganz cool Den gesehen zu haben Aber Ist jetzt kein Meisterwerk Siehst du auch so Ja sehe ich auch so Da gab es andere aus der Regel Die mir besser gefallen haben Ja 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 mir auch definitiv Ja Aber ich bin auch nicht Ich bin auch nicht so per se Der krasseste Fan Ich war ja bei Conan Auch so ein bisschen Also nicht so der Riesenfan Weil ich glaube ich mag Dieses barbaren Szenario Bin ich nicht so ein Riesenfan von Kann ich mir vorstellen Insofern ist das jetzt auch nicht meins Aber war schon ganz lustig Hier mit diesen Subhumans Und den ganzen Wesen Und so Ist schon recht fantasievoll umgesetzt Und Die Animation ist auch cool Aber definitiv auch überholt Also Aber der Spaß Den man dran hat Ist ja auch Bei mir zumindest Eher so ein Man kann sich gut drüber lustig machen Ist nicht so Als hätte man jetzt An der Handlung Großen Spaß Ja Ist ja eher Dass wir das lustig fanden Wie eben diese Subhumans reden Oder Wie platt dann eben Tigra Sich immer wieder passend Auf dem Boden regelt Oder halt dieser Umstand Dass dem Held immer Dann wann er es braucht Die Waffe in die Hand fällt Ja das stimmt Oder wie die Subhumans Dann so Geiern und Geifern Mit Sabber im Mundwickel Dann so Die Tigra Angucken Während sie sich halt so regelt Und versucht die so ein bisschen abzulenken Ja das sind halt die Momente Die waren schon ganz witzig Ja Aber ich glaube Im Ursprung war es nicht So konzipiert Dass man sich drüber lustig machen soll Ne Aber der kommt halt auch aus einer Zeit Die mittlerweile wirklich Also was Animationsfilme angeht Ja klar Und wenn man da nicht ein bisschen Nostalgie geben mit drin hat Und die Filme nicht kennt Wir haben ja interessanterweise Tatsächlich drei Animationsfilme Diesen Monat Als Auftragsfilme Und ich glaube Watership Down Der aus einer ähnlichen Zeit kommt Und Eine andere Tonalität bedient Da kann ich mir vorstellen Dass der auch In diesem Jahr noch funktioniert Aber Fire and Ice Hat wirklich ein Produkt seiner Zeit Ja Ja cool Sind wir uns ähnlich Denk auch Sehen wir ähnlich Sind wir uns einig So rum Alter Heute ist wirklich ein bisschen Na gut Wir haben die Oscarnacht hinter uns Ja Sehen wir uns ähnlich Nein Ne das tun wir nicht So 1,2 Millionen hat das Ding gekostet Und war tatsächlich eher ein Flop Hat nicht funktioniert Ne Hat weniger als 1 Millionen eingespielt Und das ist auch so Ich hab mich auch gefragt Für wen das sollte Also Weil weißt du Zeichentrickfilme So die Die Kinder dürfen dann Nicht rein ins Kino Die Erwachsenen Die jetzt wirklich Genre Kino mögen Da jetzt ins Kino zu gehen Und so einen Erwachsenen Zeichentrickfilm anzugucken Also Ich glaube auch Das ist halt so ein Ding Klingt schon nach einer Todgeburt Was wahrscheinlich Auf Video Eher funktioniert Da denke ich mal auch So in Videotheken Oder bei So einem Nachtprogramm Wenn der mal im Fernsehen läuft Kann ich mir vorstellen Dass da Dass da ein paar Fans eingeschaltet haben Und dass die Leute Als Kino gehen Und gucken sich da Und ich glaube auch nicht Dass die Kinos da so einen Also den groß aufgenommen haben Aus dem einfachen Grund Weil Warum soll ich einen Zeichentrickfilme aufnehmen Wenn ich nur irgendwie Ab 20 oder 22 Uhr zeigen kann Wer soll den gucken Ja eben Also Ja ich hab gerade Ich hab gerade mal geguckt Der lief Der lief in 89 Kinos Durchschnittliche Laufzeit 2,4 Wochen Pro Kino Also War jetzt auch nicht Der Riesen Release Nicht der Redewert Deswegen Wenig überraschend Ja Naja schön groß an Timo War wahrscheinlich nicht Unser größtes Highlight Aber Kann man machen Wollen wir uns zu den Punkten Überleiten Ja 81 Minuten Geht der Spaß IMDb ist bei einer 6,5 Fire and Ice Hat einen Metascore von 45 Rotten Tomatoes 4,3 von 10 Sehen die Kritiker auch Recht verhalten Und das Publikum Ist bei einer 3,4 von 5 Und bei Letterboxd Ist der jetzt auch nicht so doll dabei 3,1 Ja aber das ist ja schon gar nicht So scheiße Ist jetzt auch nicht so scheiße Das sind natürlich Ein paar Genre-Fans Und ein paar Nostalgiker Dazwischen Die den mögen So und jetzt wir Äh Ich fang mal an Mach mal Als 400 Boah Kein Highlight Sagt er Hm Kein Highlight Sag ich Ja Boah ich sag Ich weiß nicht Hat das noch für eine 6 Ich glaub nicht Ich sag du bist bei 5 Oh Könnte nochmal spannend werden Ne Das ist noch eine 6,5 Tatsächlich 6,5 Ja Okay Das ist noch Eine versöhnliche 6,5 Muss man dazu sagen Aber trotzdem noch eine 6,5 Alter danach klang das Naja wirklich nicht Okay Mhm Ja recht harmlos alles Aber schon so ein bisschen Also ich bin ja auch ein Kind der 80er Deswegen Ich kann schon verstehen Dass manche den mögen Aber doll war es jetzt nicht Aber auch nicht scheiße Okay Ich tippe Breites Feld Zwischen nicht doll Und nicht scheiße Ja bei mir wahrscheinlich weniger Als bei dir Naja Ne warum denn Wenn es bis 6,5 reicht Also weil Nicht doll 6,5 Ja Weiß ich nicht Würde ich anders bezeichnen Aber Fair enough Was tippst du denn Ich tippe Bei dir auf eine 5,5 Ne 4,5 4,5 Ja Okay Okay krass Heute sind wir alle gut daneben Ja man Okay Warte jetzt muss ich erstmal rechnen hier 4,5 von Lee Eieiei Okay Wir haben uns beide nicht mit Ruhm bekleckert Hast du recht Ich dachte der Spaßfaktor wäre dann doch ein bisschen höher gewesen Abgefahren Ja gut Okay Wenn du mich auf eine 5 tippst Hätte ich dich eigentlich Hätte ich dich eigentlich auf jeden Fall mindestens auch auf eine 5 tippen sollen Und nicht höher Ja War dumm So Damit komme ich auf 2 Miese Dafür dass ich einmal eine Nullrunde hatte Das ist ganz schön scheiße Das kann ich aber noch überbieten glaube ich Ja du hast 2,5 Ich habe 2,5 Na gut Ist nochmal spannend geworden Aber gut Knappe Kiste Geht dann doch an dich Mhm Na ja 5 gesagt Ich Idiote Wissen wir wo Dave gelandet ist bei dem Film Weil der hat den ja schon das zweite Mal gesehen Ja Der mag den Und der hat Der kannte ihn von vorher Er mag sowieso die Filme von Bakshi Hat da ein bisschen mehr gesehen als wir Mhm Aber wie viele Punkte er letztendlich hatte Kann ich dir nicht sagen Ich weiß nicht Ob er die genannt hat Ja okay Naja Werden uns glaube ich nicht verraten Muss nochmal nachreichen Alright Ja Mensch Hier das war doch toll What fun What joy is fun Wieder Was für all eingespielt hier Absoluter Fun Aber sowas von Fun Lange nicht gehabt den Herrn Ja definitiv Und weil wir so Fleißig vorproduziert haben Können wir jetzt erst sagen Was wir in der letzten Sonntagsepisode hatten In der Supporter Episode Mhm Das werden wir jetzt auch nochmal hier aufzählen Und zwar War Classic Dave am Start Der hat über Bruiser geredet Lee hat über Safety Not Guaranteed geredet Mhm Und ich hab über American Gigolo geredet Ein Mann für gewisse Stunden Mhm Für alle Freunde Die uns supporten Bei Patreon und Steady Die kriegen diese Sonderepisoden jeden Sonntag um 18 Uhr Und da hatten wir diese Stoffe Yes Und dann können wir nochmal Fortschadden Dass wir in der nächsten Episode Gäste haben Mhm Und zwar erstmalige Gäste Und zwar Berliner Kollegen Vom Schauplatz Podcast Ne vom Logenplatz Ne quasi Vom Schauplatz Podcast Logenplatz Einfach mal Stefan mit reingeworfen Nein vom Logenplatz natürlich Und unser Kumpel Nico arbeitet Ja was jetzt Logenplatz oder Schauplatz Ne ne Schauplatz ist der Podcast Und da arbeitet Unser Kumpel Nico Der von diesem Schauplatz Podcast kommt Arbeitet unter anderem Auch im Zupalast Wo wir ja morgen zu Besuch sind Und der hat uns angeboten Dass wir da so eine kleine Führung Durchs Kino kriegen Sehr schön Also können wir da vielleicht Auch nochmal drüber reden Wenn die beiden dann zu Gast sind Weil sein Kollege Hagen Mit dem er den Podcast macht Der ist da auch noch am Start Wunderbar So damit die Leute die Punkte raten Beim Punkte raten mitmachen Nicht völlig verzweifeln Ich würde mich sagen Wir gucken dass wir das jetzt beenden Sonst kommen wir hier über die zwei Stunden Und dann ärgern die sich Ja dann machen wir das Genau So nett von uns oder Ja ich wollte jetzt noch Den Kollegen ankündigen Weil ich hab jetzt Hagen gesagt Der heißt gleich nicht Hagen Der heißt doch Eugen Ja Eugen und Nico kommen nächste Episode vorbei Mensch das lief ja gut ey Name Podcast falsch Name von Leuten falsch Ja freut euch auf die Ja freut euch auf die Ihr werdet dann sehen wer kommt Auf jeden Fall reden wir mit denen Über Loving Vincent Yes Den Auftragsfilm von Olli Da freuen wir uns drauf Das wird dann eine Viererrezension Machen wir Und jetzt sind wir aber wirklich raus Na dann Tschüss Tschüss Subhumans Bewegt Bild Banausen Das wird dann eine Viererrezension Das wird dann eine Viererrezension Das wird dann eine Viererrezension Das wird dann eine Viererrezension